Bad Time Die Schlafenszeit ist normalerweise etwas Gutes für ein müdes Kind. Für mich war sie schrecklich. Während andere Kinder sich darüber beschweren, dass sie ins Bett müssen, bevor sie einen Film zu Ende gesehen oder ihr Lieblings-Videospiel fertig gespielt haben, war für mich, als ich noch ein Kind war, die Nacht immer eine Zeit voller Angst. Ich kenne mich in wissenschaftlichen Dingen aus und weiß, dass ich nicht beweisen kann, dass das, was mir passierte, echt war, aber ich kann sagen, es war der pure Horror. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich solch eine Angst in meinem Leben bisher nie wieder spüren musste. Ich werde euch nun, so gut wie ich kann, alles erzählen. Macht euch daraus, was ihr wollt. Ich bin froh, dass ich mir alles von der Seele reden kann. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann es anfing. Aber meine Angst vor dem Einschlafen begann etwa zu der Zeit, als ich von meinem Zimmer in ein anderes zog. Ich war zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt und glücklich mit meinem Zimmer, bis ich es mit meinem älteren Bruder getauscht habe. Wie es sehr gut bei meinem fünf Jahre älteren Bruder zu verstehen ist, wünschte er sich irgendwann ein eigenes Zimmer und aus diesem Grund bekam ich das Zimmer auf der Rückseite unseres Hauses. Es war ein kleiner, enger, seltsam in die Länge gezogener Raum, groß genug für ein Bett und ein paar Regale, aber nicht mehr. Ich konnte mich nicht wirklich beschweren, denn selbst in diesem Alter verstand ich, dass wir kein wirklich großes Haus hatten und ich hatte auch keinen Grund, um enttäuscht zu sein. Liebte und beschützte sich meine Familie doch sehr. Ich hatte eine glückliche Kindheit bis zu diesem einen Tag. Ein einzelnes Fenster gab den Blick auf unseren Garten frei, nichts Besonderes, aber auch tagsüber schien das Licht, welches in das Zimmer kroch, fast schon zu schleichen. Da mein Bruder ein neues Bett bekam, erhielt ich das Etagenbett, welches wir uns bisher immer geteilt hatten. Während ich mich ärgerte, fortan alleine schlafen zu müssen, war ich gleichzeitig durch den Gedanken daran, im oberen Bett schlafen zu können, welches viel mehr Abenteuer zu bieten schien, gespannt und aufgeregt. Von der allerersten Nacht erinnere ich mich an ein seltsames Gefühl der Unbequemlichkeit, welches aus meinen hintersten Gedanken hervorkroch. Ich lag in dem oberen Bett und sah herab auf meine Actionfiguren und Spielautos, welche überall auf meinem grünen-blauen Teppich verteilt lagen. Als ich anfing, mir Kämpfe und Abenteuer der verschiedenen Spielzeuge auf dem Boden vorzustellen, konnte ich mir nicht helfen und ließ meine Augen langsam auf das untere Bett sinken, als ob ich aus den Augenwinkeln irgendetwas sich bewegen sah, etwas, was nicht gesehen werden wollte. Das untere Bett war leer, ordentlich gemacht, eine dunkelblaue Decke säuberlich eingeschlagen, zwei weiche weiße Kissen am Kopfende. Ich dachte nicht weiter darüber nach, ich war ein Kind und die Geräusche des Fernsehers, welcher unter meiner Tür hin durchdrangen, wogen mich in einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ich schlief ein. Wenn du durch ein Geräusch oder eine Bewegung im Raum aus einem tiefen Schlaf gerissen wirst, kann es einige Momente dauern, bevor du wirklich verstehst, was passiert. Der Nebel des Träumens hängt immer noch über dir, auch wenn dein Traum luzid war. Ja, etwas bewegte sich, da gab es keinen Zweifel. Zuerst war ich nicht sicher, was es war, alles war dunkel, fast schon tief schwarz. Doch ein wenig Licht kroch noch von draußen herein, sodass ich mit knapper Not die Umrisse des erstickenden Zimmers ausmachen konnte. Zwei Gedanken schossen fast gleichzeitig in meinem Kopf. Der erste war, dass meine Eltern bereits im Bett lagen, denn das Haus lag in völliger Dunkelheit und Stille. Der zweite drehte sich um ein Geräusch. Das Geräusch, welches mich offensichtlich geweckt hatte. Als die letzten Reste des Schlafes aus meinem Kopf verschwanden, nahm das Geräusch eine vertrautere Form an. Manchmal können selbst die einfachsten Geräusche auch die nervigsten sein. Ein leichter Wind, der durch die Bäume fährt. Die Schritte des Nachbarn, welche unangenehm nahe scheinen. Oder, wie in diesem Falle, das leise Rascheln einer Bettdecke in der Dunkelheit. Genau das war es. Eine Bettdecke raschelte in der Dunkelheit, als ob ein in seinem Schlaf gestörter gerade versucht, es sich im unteren Bett wieder so gemütlich wie möglich zu machen. Ich lag da, ungläubig denkend, dass das Geräusch nur in meiner Vorstellung existierte. Oder vielleicht auch nur meine Katze versuchte, einen geeigneten Platz zu finden, wo sie die Nacht verbringen konnte? Es war die Tür, die ich als nächstes erkannte, geschlossen, wie sie war, bevor ich eingeschlafen bin. Vielleicht hatte meine Mutter auch nach mir gesehen und währenddessen ist die Katze durch den Türspalt in mein Zimmer geschlichen. Ja, das musste es sein. Ich drehte mich zur Wand in der Wagenhoffnung, wieder einzuschlafen. Als ich mich bewegte, verstummte das rauschende Geräusch von unten. Ich dachte, dass ich meine Katze gestört hatte, doch schnell realisierte ich, dass das, was da unter mir lag, etwas weniger Alltägliches war, als meine Katze, die zu schlafen versuchte, etwas viel Unheilvolleres. Als ob nun alarmiert und dazu gestört durch meine Anwesenheit, begann der in seinem Schlaf Gestörte, sich hin und her zu rollen und heftig zu bewegen, wie ein Kind, das einen Wutanfall hat. Ich konnte hören, wie die Latten des Bettes mit zunehmender Stärke knackten und quietschten. Angst packte mich, nicht wie das seltsame Gefühl der Unbequemlichkeit, welches ich früher verspürte, sondern eher eine starke, schreckliche Angst. Mein Herz raste und meine Augen schauten panisch in der undurchdringlichen Dunkelheit umher. Ich schrie. Wie es die meisten Jungs in diesem Alter tun würden, schrie ich instinktiv nach meiner Mutter. Ich konnte auf der anderen Seite des Hauses zwar ein Knarren hören, doch als ich einen Seufzer der Erleichterung ausstieß, dass meine Eltern kommen und mich retten würden, begann das Etagenbett zu wackeln und an der Wand entlang zu kratzen, als wäre es von einem Erdbeben ergriffen. Unter mir hörte ich die Decke umherwirbeln, als würde sie mit purem Böswillen auf schreckliche Weise gequält werden. Ich wollte auch nicht herunterspringen, in Sicherheit. Ich hatte zu große Angst, dass das Ding im unteren Bett nach mir packen und mich in die Dunkelheit ziehen würde. Also blieb ich, wo ich war und hielt krampfhaft meine eigene Decke vor mich, wie ein Schutzschild. Das Warten fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Endlich wurde die Tür aufgestoßen und ich lag in weißes Licht gehüllt da, doch das untere Bett, der Schlafplatz meines ungewollten Besuchers, lag leer und friedlich da. Ich weinte und meine Mutter tröstete mich. Tränen der Angst, gefolgt von Tränen der Erleichterung, flossen mein Gesicht herab. Durch den Schock und die Panik traute ich mich nicht, ihr zu erzählen, warum ich solche Angst hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, dass, was auch immer im unteren Bett war, wiederkommen würde, wenn ich zu viel über es redete, auch nur eine Silbe über seine Existenz verlor. Ob das auch stimmte, weiß ich nicht, aber als Kind fühlte ich mich, als würde diese ungesehene Bedrohung ganz nah sein und alles hören, was ich gesagt hatte. Meine Mutter legte sich in das untere Bett und versprach, dort bis zum nächsten Morgen zu bleiben. Die Angst verschwand und so brachte mich die Müdigkeit wieder zum Schlafen. Aber ich erinnere mich genau, wie ich immer wieder durch das Geräusch einer sich bewegenden Decke wach wurde. Ich erinnere mich daran, dass ich am nächsten Tag irgendwo hinwollte, irgendwo sein, aber nicht in diesem engen, erstickenden Zimmer. Es war ein Samstag und ich spielte glücklich draußen mit meinen Freunden. Obwohl unser Haus nicht groß war, hatten wir das Glück, einen langen und breiten Garten zu haben. Wir spielten oft dort, der Großteil war überwuchert mit verschiedenen Pflanzen. So konnten wir uns in den Büschen verstecken, auf die riesige Platane klettern, die über allem thronte und uns vorstellen, uns in großen Abenteuern in unerforschte, exotische Wälder vorzudringen. So viel Spaß es auch gemacht hat, mein Blick wanderte immer wieder zu diesem kleinen Fenster, gewöhnlich, unauffällig und harmlos. Aber für mich war es die schmale Grenze zu einer fremden, kalten Welt der Todesangst. Draußen in der schönen grünen Umgebung unseres Gartens, gefüllt mit den glücklichen Gesichtern meiner Freunde, konnte nichts das kriechende Gefühl der Angst auslöschen, welche sich einen Weg aus meinem Zimmer in meine Gedanken bahnte. Zum Schluss würde sich mir jedes Haar aufstellen. Dieses Gefühl, dass etwas mich von meinem Zimmer aus beobachtet, mir beim Spielen zusieht und nur darauf wartet, dass die Nacht einbricht und es mit mir allein ist, es erfüllte mich mit Hass. Es mag für dich vielleicht komisch klingen, aber als meine Eltern mich am Abend ins Bett brachten, sagte ich nichts. Ich protestierte nicht, ich nannte keinen Grund, warum ich dort nicht schlafen konnte. Ich ging, zwar mürrisch, aber ohne Umwege in mein Zimmer, kletterte die paar Sprossen der Leiter zum oberen Bett hinauf und wartete. Jetzt als Erwachsener würde ich jedem meine Erfahrungen berichten, aber in dem Alter fühlte ich mich schon fast dumm, über etwas zu reden, für dessen Existenz ich keinerlei Beweise hatte. Ich würde lügen. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass, wenn ich den wahren Grund nennen würde, dieses Ding sehr wütend sein würde, da ich zu viel über es redete. Es ist lustig, wie sehr sich manche Wörter in deinen Gedanken versteckt halten, egal wie offensichtlich sie doch sind. Eines dieser Wörter fiel mir in der zweiten Nacht wieder ein, als ich da lag, in der Dunkelheit, allein, ängstlich, mir einer miesen Veränderung in der Atmosphäre bewusst. Die Luft schien dicker zu werden, als ob etwas sich verschiebt. Als ich das erste gelegentliche Geraschel der Bettdecke unter mir hörte, ließ die Angst mein Herz schneller schlagen, und ich realisierte, dass dieses Etwas von letzter Nacht wieder im unteren Bett war, und dieses Wort, welches aus meinen Gedanken verbannt, durch mein Bewusstsein gefiltert wurde, brach nach Luft schnappend und schreien aus der Verdrängung hervor und brannte sich in mein Gehirn. Geist Als mir dieser Gedanke kam, merkte ich, dass mein ungebetener Besucher aufgehört hat, sich zu bewegen. Die Bettdecke lag ruhig und friedlich da, aber ihr Rascheln wurde durch etwas viel Abscheulicheres ersetzt. Ein langsames, rhythmisches, rasselndes Atmen, welches von dem Ding unter mir kam. Ich konnte mir vorstellen, wie seine Brust sich bei jedem schmutzigen, keuchenden, gurgelnden Atemzug hebt und senkt. Ich schauderte und hoffte, dass es ohne, dass irgendetwas geschah, wieder verschwinden würde. Das Haus war, wie auch in der vorherigen Nacht, in dicke Dunkelheit gehüllt. Stille herrschte. Man hörte nichts außer das Atmen meines bisher noch ungesehenen Besuchers. Ich lag da und hatte schreckliche Angst. Ich wollte nur, dass dieses Ding verschwindet. Was wollte es? Dann ließ etwas Unverkennbares mir das Blut in den Adern gefrieren. Es bewegte sich. Doch es bewegte sich anders als vorher. Als es sich in dem Bett umherwarf, schien es grundlos, hemmungslos, fast tierisch. Diese Bewegungen waren bewusst, mit einem Grund, einem gezielten Gedanken. Das Ding, was da in der Dunkelheit lag, dieses Ding, was anscheinend mit voller Absicht einen kleinen Jungen terrorisierte, setzte sich ruhig und langsam auf. Sein schweres Atmen war lauter als vorher und es trennten nur noch eine Matratze und ein paar dünne Holzbretter meinen Körper von diesem Ding unter mir. Ich lag da, meine Augen mit Tränen gefüllt. Eine Angst, welche mit Worten nicht zu beschreiben ist, durchfuhr meinen Körper. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Angst noch zu steigern wäre, aber ich lag so falsch. Ich stellte mir vor, wie es wohl aussieht, wie es da sitzt und hofft, auch nur das leiseste Geräusch von oben zu hören, auch nur den geringsten Hinweis zu bekommen, dass ich wach bin. Doch meine Vorstellung verwandelte sich schnell zur unausweichlichen Realität. Es begann damit, die Holzlatten, auf der meine Matratze lag, zu berühren. Es schien mit dem, was ich mir als seine Finger und Hände vorstellte, über die Oberfläche des Holzes zu streichen. Dann stieß es mit großer Kraft, wütend zwischen zwei Latten in die Matratze. Auch durch das Polster fühlte es sich an, als würde mir jemand brutal seine Finger in die Seite rammen. Ich stieß einen mächtigen Schrei aus und das keuchende, sich schüttelnde Ding im unteren Bett antwortete mit einem heftigen Rütteln des Bettes, wie es es die Nacht zuvor auch getan hatte. Kleine Farbstücke rieselten von der Wand auf meine Decke, als der Rand des Bettes an der Wand entlang schabte. Ein weiteres Mal wurde ich in helles Licht gehüllt und da stand meine Mutter, liebevoll und sich um mich sorgend, wie sie immer war, bereit für eine tröstende Umarmung und beruhigende Worte, welche meine Hysterit etwas dämpfte. Natürlich fragte sie, was los war, aber ich konnte es ihr nicht sagen. Ich wagte es nicht, auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Ich wiederholte stattdessen ein anderes Wort immer und immer wieder. Albtraum Diese Reihe von Geschehnissen wiederholte sich so für Wochen, wenn nicht Monate. Nacht für Nacht würde ich durch das Rascheln der Bettdecke geweckt werden. Jedes Mal würde ich schreien, damit diese Abscheulichkeit keine Zeit findet, mich zu fühlen oder mich zu stoßen. Mit jedem Schrei würde das Bett anfangen zu beben und mit dem Eintreffen meiner Mutter stoppen, welche dann den Rest der Nacht im unteren Bett verbringt, unwissend welches Wesen ihren Sohn jede Nacht quält und terrorisiert. Mit der Zeit schaffte ich es, Krankheiten vorzutäuschen und andere Gründe zu erfinden, um bei meinen Eltern zu schlafen. Aber meistens würde ich für die ersten paar Stunden jeder Nacht allein in diesem Raum sein. In dem Raum, wo das Licht von draußen nicht richtig hereinscheint. Allein mit diesem Ding. Nach und nach gewöhnst du dich an fast alles, vollkommen egal, wie schrecklich es ist. Ich stellte fest, dass dieses Ding mir aus irgendeinem Grund nichts tun konnte, wenn meine Mutter da ist. Ich bin sicher, dasselbe würde auch für meinen Vater gelten, aber so liebevoll er auch war, ihn zu wecken, war fast unmöglich. Nach ein paar Monaten hatte ich mich dann also an meinen nächtlichen Besucher gewöhnt. Verstehe das jetzt nicht falsch. Es war keine übernatürliche Freundschaft oder ähnliches. Ich verabscheute dieses Ding. Ich hatte genauso große Angst, als ich mir seine Persönlichkeit und seine Wünsche erschlossen hatte. Wenn man es so nennen kann. Für mich war es ein mit perversem, verdrehtem Hass erfülltes Ding. Vielleicht ist es das auch für alle. Meine größten Ängste erfüllten sich im Winter. Die Tage werden kürzer. Und die längeren Nächte verschaffen diesem Monster bloß mehr Möglichkeiten. Es war eine schwere Zeit für meine Familie. Meine Großmutter war eine wunderbare und höfliche Frau, doch ihr Zustand hat sich seit dem Tod meines Großvaters sehr stark verschlechtert. Meine Mutter tat ihr Bestes, um sie so lang wie möglich in unserer Gemeinschaft zu halten. Aber Demenz ist eine grausame und degenerative Krankheit, welche einer Person sämtliche Erinnerungen auf einmal rauben kann. Schon bald erinnerte sie sich an keinem mehr von uns. Und es wurde klar, dass sie in ein Altersheim ziehen musste. Ein paar Tage bevor sie in das Altersheim gebracht werden sollte, gab es einige Schwierigkeiten mit ihr, sodass meine Mutter beschloss, bei ihr zu bleiben. So sehr ich meine Großmutter auch liebte und nur Trauer über ihre Krankheit empfand, jetzt fühle ich mich schuldig, dass meine ersten Gedanken nicht bei ihr, sondern bei meinen nächtlichen Besucher waren und dabei, was er während der Abwesenheit meiner Mutter alles mit mir anstellen konnte. Ihre Anwesenheit war das Einzige, da war ich mir sicher, was mich vor der ganzen Grausamkeit bewahrte, die dieses Ding in sich trug. Am nächsten Tag raste ich von der Schule nach Hause, riss Bettdecke und Matratze aus dem unteren Bett, entfernte sämtliche Bretter und Latten und stellte einen Schreibtisch, eine Kommode und ein paar Stühle, welche sich vorher in dem Schrank befanden, in dem sich nun die übrigen Teile des Bettes befanden, anstelle des unteren Bettes dorthin. Mein Vater erzählte ich, dass ich ein Büro bauen würde, was er bezaubernd fand, aber ich würde verloren sein, wenn ich diesem Ding, welches jede Nacht bei mir war, noch eine Nacht einen Platz zum Schlafen liefern würde. Als die Dunkelheit einbrach, lag ich da und dachte daran, dass meine Mutter nicht im Haus war. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Mein einziger Impuls war, in das Schlafzimmer meiner Eltern zu schleichen und ein kleines Familienkruzifix, welches ich dort einmal gesehen hatte, aus ihrem Schmuckkästchen zu nehmen. Obwohl meine Familie nicht wirklich religiös war, glaubte ich in diesem Alter noch an Gott und hoffte, dass das Kruzifix mich irgendwie beschützen würde. Trotzdem lag ich immer noch ängstlich und panisch in meinem Bett und umklammerte das Kruzifix in meiner Hand unter meinem Kopfkissen, während der Schlaf über mich hereinbrach und ich in das Land der Träume fiel, immer noch hoffend, dass ich am nächsten Morgen unversehrt aufwachen würde. Unglücklicherweise war dies die schlimmste Nacht von allen. Allmählich wachte ich auf. Es war immer noch dunkel, als meine Augen langsam wieder klar wurden, konnte ich nach und nach mein Fenster ausmachen. Dann die Wände, ein paar Spielzeuge auf dem Regal und… Auch heute noch schaudere ich bei dem Gedanken an die völlige Stille, die zu diesem Zeitpunkt herrschte. Kein Rascheln der Bettdecke. Keine einzige Bewegung. Der Raum fühlte sich leblos an. Leblos, aber nicht leer. Der nächtliche Besucher, dieses unwillkommene, keuchende, hasserfüllte Ding, welches mich Nacht für Nacht terrorisierte, lag nicht im unteren Bett. Es lag in meinem Bett. Ich öffnete meinen Mund, um zu schreien, aber ich brachte keinen Ton heraus. Die Panik hatte mir die Stimme geraubt. Ich lag bewegungslos da. Wenn ich nicht schreien konnte, wollte ich auch nicht, dass dieses Ding weiß, dass ich wach bin. Ich hatte es nicht gesehen. Ich konnte es nur fühlen. Ich wusste nicht, ob es sich unter oder auf meiner Bettdecke befand. Ich konnte seine Umrisse erkennen und seine Anwesenheit spüren, aber ich wagte es nicht genau hinzusehen. Sein Gewicht auf mir drückte mich in die Matratze, eine Erfahrung, welche ich nie vergessen werde. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Stunden verging. Als ich bewegungslos in der Dunkelheit dalag, war ich ein verängstigter, panischer, kleiner Junge. Wenn das alles während der Sommermonate passiert wäre, würde es draußen schon hell sein, aber der Griff des Winters ist lang und unbarmherzig und ich wusste, dass es noch Stunden bis zum Sonnenaufgang dauern würde. Ein Sonnenaufgang, nachdem ich mich über alles sehnte. Ich war von Natur aus ein ängstlicher Junge, aber ich erreichte einen Punkt, an dem ich nicht länger warten konnte, wo ich unter dieser intim perversen Abscheulichkeit nicht länger überleben konnte. Angst kann dich fertig machen, dich abwetzen, nur eine winzige Spur deiner Nerven zurücklassen. Ich musste aus diesem Bett. Dann erinnerte ich mich an das Kruzifix. Meine Hand lag nach wie vor unter dem Kissen, aber sie war leer. Langsam bewegte ich mein Handgelenk und tastete danach, minimale Bewegungen, um so gut wie möglich Geräusche und Vibrationen zu vermeiden. Aber ich konnte es nicht finden. Ich könnte es aus dem Bett gestoßen haben oder ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass es aus meiner Hand genommen worden sein konnte. Ohne das Kruzifix verlor ich jedes bisschen Hoffnung. Selbst in solch einem jungen Alter kann einem plötzlich bewusst werden, was der Tod ist und das kann einen ziemlich fertig machen. Ich wusste, ich würde in diesem Bett sterben, wenn ich weiterhin untätig da liegen würde. Ich musste aus diesem Raum, nur wie? Aus dem Bett springen und hoffen, dass ich es bis zur Tür schaffe? Was, wenn es schneller ist als ich? Oder sollte ich besser langsam aus dem oberen Bett schlüpfen und versuchen, meinen unheimlichen Bettgenossen nicht zu stören? Als ich realisierte, dass es sich nicht gerührt hatte, als ich nach dem Kruzifix gesucht habe, kam ich auf die seltsamsten Gedanken. Was, wenn er schläft? Es atmete nicht sehr schnell. Vielleicht ruhte es sich nur kurz aus in dem Gedanken, dass es mich endgültig bei sich hat, dass ich endlich in seinem Griff war. Oder vielleicht spielte es mit mir, so wie all die anderen Nächte zuvor und nun mit mir unter ihm an meine Matratze gepresst. Ohne meine Mutter, die mich beschützt, hielt es mich hin, konnte seinen Sieg für mich schmecken und genoss dies vor dem letzten möglichen Moment, wie ein wildes Tier und seine Beute. Ich atmete so langsam wie möglich und sammelte jedes bisschen Mut zusammen. Dann griff ich langsam mit meiner rechten Hand nach der Bettdecke und zog sie vorsichtig von mir. Was sich darunter befand, ließ fast mein Herz stehen bleiben. Ich habe es nicht gesehen, aber als meine Hand die Decke bewegt hatte, stieß sie gegen etwas. Etwas Weiches, Kaltes. Etwas, was sich unverwechselbar wie eine ausgemergelte Hand anfühlte. Voller Panik hielt ich meinen Atem an. Nun war ich mir sicher, dass es wusste, dass ich wach bin. Nichts. Es rührte sich nicht. Es schien wie tot. Nach ein paar Momenten bewegte ich meine Hand vorsichtig weiter unter der Decke entlang und ertastete einen dünnen, seltsamen, geformten Unterarm und mein Vertrauen und meine fast schon verdreht seltsame Neugier wuchsen, als ich noch weiter unten einen unproportioniert großen Bizepsmuskel ertastete. Der Arm lag ausgestreckt, quer über meine Brust. Die Hand ruhte auf meiner linken Schulter, als hätte es mich im Schlaf gegriffen. Ich realisierte, dass sich diese leichenblasse Befestigung wohl bewegen musste, um meinen Wunsch irgendwie aus seinem Griff zu entkommen, Wirklichkeit werden zu lassen. Aus irgendeinem Grund stoppte mich das Gefühl von zerrissener, lumpiger Kleidung auf seiner Schulter in meinen Bewegungen. Angst kroch erneut in mir hoch, als ich meine Hand bei der Berührung seines struppigen, öligen Haares angewidert zurückzog. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, sein Gesicht zu berühren. Sonderbarerweise frage ich mich bis heute noch, wie es sich wohl angefühlt hätte. Großer Gott, es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Es war nur ganz schwach, aber der Griff um meine Schulter und um meinen Körper verstärkte sich. Keine Tränen flossen aus meinen Augen, aber Gott, wie sehr wollte ich weinen. Als seine Hand und sein Arm sich langsam um mich wickelten, kam ich mit meinem rechten Bein an die kühle Wand, an der das Bett stand. Von allem, was mir in diesem Raum widerfahren ist, war das das Komischste. Ich begriff dieses ranzige Ding, welches mich festhielt und offensichtlich großes Vergnügen darin fand, einen kleinen Jungen zu terrorisieren, lag nicht komplett auf mir. Es hing nur der Oberkörper draußen. In der Wand. Wie eine Spinne in ihrem Netz. Plötzlich verwandelte sich sein Griff von einem schwachen Festhalten zu einem plötzlichen Quetschen. Es zog und riss an meinen Sachen, als hätte es Angst, dass diese Gelegenheit bald schon vorüber sein würde. Ich kämpfte dagegen an, aber sein abgemagerter Arm war zu stark für mich. Sein Kopf hob sich, sich windend und drehend unter meiner Bettdecke. Nun begriff ich auch, wo es mich mit hinnehmen würde. In die Wand. Ich kämpfte um mein Leben. Ich weinte und plötzlich kehrte meine Stimme zu mir zurück. Kreischend und schreiend, aber niemand kam. Dann bemerkte ich, warum es so plötzlich mit vollem Einsatz zuschlug, warum es mich nun haben musste. Durch mein Fenster, das Fenster, welches so viel Bosheit wiederzuspiegeln schien, schien Hoffnung. Die ersten Sonnenstrahlen. Ich kämpfte weiter. Ich wusste, wenn ich nur lang genug durchhalten würde, würde es weg sein. Als ich um mein Leben kämpfte, bewegte sich dieser überirdische Parasit. Er zog sich langsam zu meiner Brust hoch und sein Kopf stieß keuchend, hustend und kratzend unter meiner Bettdecke hervor. Ich kann mich nicht an irgendwelche Details erinnern. Ich erinnere mich nur noch an seinen Atem in meinem Gesicht, faulig und eiskalt. Als die Sonne am Horizont erschien, wurde dieser dunkle Ort, dieser erstickende Raum der Verachtung, mit Sonnenlicht überflutet. Ich wurde ohnmächtig, als seine dürren Finger an meinen Hals umklammerten und sämtliches Leben aus mir herausquetschten. Ich wachte auf, als mein Vater mich weckte, um mich zu fragen, was ich zum Frühstück haben wollte. In diesem Moment verspürte ich eine Erleichterung, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ich überlebte die schlimmste Nacht, die ich bis dahin und danach jemals haben sollte. Ich zog mein Bett von der Wand weg und stellte stattdessen einen Schrank an diese Stelle, in der Hoffnung, dass ihm dieses Ding davon abhalten würde, noch einmal mein Bett zu besuchen. Nun konnte es mein Bett nichts mehr antun und mir auch nicht. Wochen vergingen, ohne dass noch etwas passierte, bis zu einer kalten, gefrorenen Nacht, als ich durch ein Klopfen hinter meinem Schrank aufwachte. Doch es blieb nur kurz und als ich da lag, war ich mir sicher, ein kratziges Stöhnen gehört zu haben, bevor das Klopfen langsam für immer in der Wand verschwand. Ich habe bisher niemanden diese Geschichte erzählt. Noch heute läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich nachts das Geräusch in der Dunkelheit raschelnder Bettdecken oder solch ein keuchendes, kratzendes Stöhnen höre. Und ich schlief sicherlich nie wieder in einem Bett, welches an einer Wand steht. Nenn es Einbildung, wenn du willst. Aber wie gesagt, ich kann nicht dafür garantieren, dass es wahr ist. Man könnte es mit herkömmlichen Dingen wie Schlafparalyse, Halluzination oder einfach eine überaus realistische Vorstellung erklären. Was ich aber sagen kann, ist das. Im nächsten Jahr bekam ich ein anderes Zimmer, größer und auf der anderen Seite des Hauses. Meine Eltern benutzten nun diesen seltsam erstickenden, verlängerten Ort als ihr Schlafzimmer. Sie sagten, sie bräuchten kein so großes Zimmer. Es muss nur groß genug sein für ein Bett und ein paar andere Dinge. Dort blieben sie zehn Tage. Am 11. zogen wir aus. Bad Time 2 Die Zeit danach Nachdem ich hier von diesem schrecklichen Ereignis, welches mir wieder fuhr, erzählt habe, haben mich viele dazu ermutigt, über die Zeit danach zu reden. Ich weiß nicht so recht, ob dies so eine gute Idee ist, denn ich fühle mich unsicherer, seit ich mein Schweigen gebrochen habe. In den letzten Nächten habe ich nicht sonderlich gut geschlafen. Wie auch immer. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde euch nun erzählen, was in dem neuen Haus passiert ist. Dies wird nicht sonderlich lang sein, da es nur ein paar Tage dauerte. Aber glaub mir, diese paar Tage waren mehr als genug. Wenn du dich recht erinnerst, zog ich ein Jahr nach dem Verschwinden meines unwillkommenen Besuchers in ein anderes Zimmer. Dieses war um einiges größer als das vorherige und fühlte sich warm und angenehm an. Manche Orte fühlen sich nun mal nicht gut an. Mein vorheriges Zimmer fühlte sich schlecht an, aber dieses hier nicht. Glücklicherweise hatte ich hier ein neues Bett. Ein gewöhnliches Einzelbett. Mein altes wurde auseinandergenommen und weggeschmissen. Was ich nicht gerade schlecht fand, möchte ich anmerken. Ich liebte mein neues Zimmer. Ich genoss den vielen Platz für meine Spielsachen. Ich war glücklich, dass dieser Raum groß genug war, dass ich in ihm mit ein paar Freunden spielen konnte, aber am meisten war ich erleichtert, aus diesem seltsamen, böse erscheinenden Teil des Hauses raus zu sein. In der ersten Nacht schlief ich so tief wie seit langem nicht mehr. Aber natürlich zog ich mein Bett ein ganzes Stück von der Wand weg. Meiner Mutter erzählte ich einfach, dass ich dies tun würde, damit meine Freunde und ich die so entstandene Lücke zwischen Bett und Wand zum Verstecken nutzen könnten. Am nächsten Tag wachte ich frisch und entspannt wieder auf. Als ich später noch in meinem Bett lag und ein paar meiner Lieblings-Cartoons auf einem kleinen, tragbaren Fernseher schaute, bemerkte ich etwas Seltsames. Ein alter, dunkelbrauner Schaukelstuhl türmte sich groß und bedrohlich am Fußende meines Bettes vor mir auf. Er war ausgefranst und abgenutzt. Mein Cousin hatte ihn uns mal als Teil einer Möbelgarnitur geschenkt, aber auch da schon sah man ihm sein Alter an. Der Schaukelstuhl an sich war auch nicht ungewöhnlich. Er beunruhigte mich nur, weil ich mir sicher war, dass er am vorherigen Abend noch zur Wand gerichtet war. Nun, im Licht des Tages, stand er zu mir gerichtet. Ich nahm an, dass einer meiner Eltern ihn umgedreht hatte, als er nach etwas suchte, das sie dort vergessen hatten, bevor wir die Zimmer tauschten. Die zweite Nacht war nicht ganz so ruhig. Es war so etwa 23 Uhr und ich konnte den Fernseher von der anderen Seite des Hauses hören. Der Raum lag zum Großteil im Dunkeln, das einzige Licht schien schwach von den Straßenlaternen draußen durch mein Fenster herein. Ich war aber zufrieden, alles war in Ordnung, bis ich ein leises, unverwechselbares Geräusch hörte. Zuerst dachte ich, es wäre das Geräusch meines eigenen Atems, doch als ich dann für einen kurzen Moment die Luft anhielt, hörte ich das fast schon unhörbare Atmen eines anderen. Es fuhr fort, rhythmisch und pausenlos. Ich lag da in der Dunkelheit. Und da ich mich noch von dem Terror, den mir dieses Ding im vorherigen Zimmer bereitet hatte, erholte, war ich vollkommen verängstigt. Das Atmen schien so weit weg und ähnelte so wenig dem Keuchen dieses anderen Wesens, dass ich ruhig blieb. Doch auch damals schon war dieses Geräusch so schwach, dass ich fast schon dachte, ich hätte es mir nur eingebildet. Trotzdem ging ich kein Risiko ein. Ich stieg aus dem Bett, ging durch den Raum und schaltete das Licht an. Das Geräusch war weg. Ich sah auf den alten abgenutzten Schaukelstuhl, der noch auf mein Bett gerichtet war, ging zu ihm und drehte ihn um. Ich hatte keinen wirklichen Grund, das zu tun, aber der Gedanke an etwas, was darin sitzt und mich im Schlaf beobachtet, bereitete mir eine Gänsehaut. In der dritten Nacht war ich nicht so furchtlos. Erneut wachte ich in der Dunkelheit auf. Ich starrte an die Decke, welche so schien, als würde sie das schwache Licht, welches hereinschimmerte, absorbieren. Der Baum vor meinem Fenster wog sich in einer schwachen Brise sanft hin und her und warf seltsame Schatten durch den Raum. Ich hörte nichts, bis auf das entfernte, permanente Summen des nächtlichen Verkehrs. Gerade als ich wieder langsam einschlief, hörte ich es, ein Knarren vom Fußende meines Bettes, als würde sich etwas bewegen oder sich mit seinem ganzen Gewicht auf dem Boden platzieren. Ich hob meinen Kopf und starrte in die Dunkelheit, doch ich sah nichts Ungewöhnliches. Alles war, wie es auch schon am Tage zuvor gewesen war, alles stand an seinem Platz. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen, mehrere Comics auf dem Fußboden, ein paar Kartons, welche immer noch nicht ausgepackt waren, der Schaukelstuhl, unbewegt, nach wie vor von mir, von meinem Bett abgewendet, da war nichts Unheimliches. Als ich dann da im Bett saß und noch überlegte, hörte ich es wieder. Ein leises Knarren, gefolgt von einem Geräusch. Das Geräusch sehr geringer Bewegungen. Ich sah wieder durch den Raum, die verschwommenen, orangenen Schatten von den Blättern des Baumes, schienen nun eine bedrohliche Form anzunehmen. Ich sah immer noch keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Ich sah wieder auf den Schaukelstuhl am Ende meines Bettes, nach wie vor nichts Ungewöhnliches. Es ist normal, dass das Gehirn eine Weile braucht, um wahren Horror zu erkennen, wenn er sich direkt vor einem befindet. Es braucht eine Weile, dies zu verarbeiten und verwandelt diese in einen Moment der eiskalten Erkennung. Ja, ich sah auf den alten, abgenutzten Schaukelstuhl in der Dunkelheit. Aber ich sah auch auf die Person, die in ihm saß. In dem schwachen Licht konnte ich nur die Umrisse seines Hinterkopfes ausmachen. Der Rest war von der Rückenlehne des Schaukelstuhls bedeckt. Ich saß bewegungslos da, betete, dass meine Augen von der Umgebung getäuscht worden waren. Das leise Knarren, als es sich in seinem abgenutzten Thron bewegte, jagte mir eine riesige Angst ein. Das war nicht bloß ein Trick der Dunkelheit. Es lehnte sich auf die rechte Seite. Ich wusste, was es vorhatte. Es drehte sich um, um mich anzusehen. Es war schwierig, etwas zu erkennen, selbst in diesem Raum schien es dunkler zu sein, als an jedem anderen Ort auf dieser Welt. Ich sah etwas, was wie eine Ansammlung langer Finger schien, die sich langsam über die Lehne schob, dann noch eine. Der Raum lag in Stille gehüllt. Ich hörte nur die Geräusche dieses Dings, wie es sich langsam drehte, und das Klopfen meines rasenden Herzens. Zuerst konnte ich nur Umrisse ausmachen, doch dann hob es seinen Kopf und enthüllte zwei winzige Lichtpunkte in der Dunkelheit seiner tiefen Augenhöhlen. Es sah mich an. Ich schrie, und im nächsten Moment ging das Licht an und meine Mutter und mein Bruder standen im Raum, fragten, ob ich einen Albtraum gehabt hatte. Ich saß sprachlos da, erkannte sie kaum und starrte auf den nun leeren Schaukelstuhl. Ich blieb nur noch für wenige weitere Tage in diesem Zimmer, bevor wir plötzlich umzogen. Während diesen Nächten geschah nichts Ungewöhnliches mehr, bis auf die letzte Nacht, in der ich aufwachte, weil ich warme Luft spürte von etwas, was mir ins Ohr atmete. Ich sprang aus dem Bett und schlug auf den Lichtschalter. Das Geräusch des langsamen rhythmischen Atmens von etwas Ungesehenem blieb, lauter als zuvor. Den Rest der Nacht verbrachte ich auf dem Sofa im Wohnzimmer. Zwei Jahre später schlief ich friedlich in meinem Bett im neuen Haus. Es gab keine weiteren Ereignisse und ich war sicher, was auch immer mich in dieser kleinen, durchschnittlichen Vorstadtwohnung geplagt hatte, auch dort blieb und für immer aus meinem Leben verschwunden war. Aber trotz allem blieb mir ein Abschiedsgeschenk. Meine Qualen und meiner Meinung nach war dieses Ding aus dem Schaukelstuhl nicht dasselbe wie das aus der Wand, hielten noch eine Überraschung für mich bereit. Für einen letzten, schrecklichen Moment spürte ich die Präsenz dieser Wesen. Ich lag zwei Jahre nach unserem letzten Aufeinandertreffen in meinem Bett und schlief tief und fest. Ich war in einem Albtraum gefangen und erleichtert, als ich aufwachte und mich in meinem sicheren, gemütlichen Bett wiederfand. Der Raum war dunkler als sonst. Ich stieß einen Seufzer aus, der Traum war vorbei. Doch der Raum war so dunkel. Ich konnte nicht sehen, als wäre das gesamte Licht herausgesogen worden. Ich kicherte etwas, als ich bemerkte, dass ich während des Schlafens meine Decke über mein Gesicht gezogen hatte. Die Decke war angenehm kühl, doch die Luft war etwas zu warm. Gerade als ich die Decke wegziehen wollte, hörte ich es. Zum allerletzten Mal hörte ich es. Das rhythmische Atmen vom Fußende meines Bettes. Angst ergriff mich, gefolgt von Ärger und Verzweiflung. Warum konnte es mich nicht in Ruhe lassen? Dann tat ich etwas anderes als sonst. Ich entschied mich, mit ihm zu reden. Vielleicht wollte mir dieses Ding nichts tun. Vielleicht wusste es nicht, was für eine Angst es mir machte. Als das Atmen lauter wurde und näher kam, begann ich zu weinen. Ich konnte seine Präsenz auf der anderen Seite der Decke spüren. Seinen Atem über mir, wie stehende Luft. Unter Tränen äußerte ich drei Worte, die sicher all dem ein Ende setzen würden. Bitte hör auf. Sein Atem veränderte sich. Es kam mehr in Bewegung, wurde schneller. Ich nahm Bewegung neben mir wahr. Dann schwebte das Atmen erst zum Fußende des Bettes zurück. Danach einmal quer durch den Raum, durch die Tür auf den Flur und dann verschwand es dort. Halb weinend, halb begeistert, lag ich nach wie vor in der Dunkelheit. Mein Gesicht war immer noch von der Decke bedeckt. Du würdest das vielleicht als Sieg abstempeln? Ich aber tat es nicht. Falls diese Dinge echt waren, wusste ich nahezu sicher, dass ich ihre Absichten doch nicht falsch ausgelegt hatte. Sie waren verdreht und gefüllt mit Böswilligkeit. Normalerweise benutze ich dieses Wort nicht, um etwas zu beschreiben, aber dieses Ding ist so böse, wie ich hoffe, nie zu werden. Woher ich das weiß? Ich erzähle es dir. Wenige Momente, nachdem dieses Ding schien, das Haus verlassen zu haben, drückte mir etwas mit großer Kraft die Decke gegen mein Gesicht. Ich spürte, wie eine große Hand mit langen Fingern meinen Kopf umklammerte, die Fingernägel scharf wie Rasierklingen. Ich schaffte es, mich aus dem Bett zu rollen und zu fliehen, schreiend aus dem Zimmer zu rennen und meine Familie zu wecken. Man kann es nicht leugnen. Dieses Wesen versuchte mich zu ersticken. Es wollte mich töten. Bedtime 3 Meine Ängste wurden wahr. Vor ein paar Tagen habe ich hier bereits von zwei albtraumhaften Erlebnissen berichtet. Das solltet ihr euch besser erst anhören, um wirklich zu verstehen, was ich hier berichte. Bisher war ich gezwungen zu schweigen, da ich Angst hatte, dass diese Dinge mich einholen und mein Leben erneut ins Chaos stürzen würden, sollte ich darüber reden. Ich habe diese Angst besiegt, indem ich meine Geschichte nun doch mit anderen geteilt habe. Und die Erlebnisse als das enttarnt, was ich glaubte, was sie sind, die Einbildung eines ängstlichen Kindes. Mein ganzes Leben berief ich mich auf Rationalität und setzte auf meine Skepsis. Das machte mich zu dem, was ich jetzt bin. Doch heute Morgen offenbarte sich mir ein Beweis, ein sicherer, physischer Beweis für das, was ich nicht kenne, aber was auch nicht ignoriert werden kann. Es kommt mir seltsam vor, dass die letzten Tage, nachdem ich mein Schweigen gebrochen hatte, so seltsam voller Besorgnis und Unglück steckten, dass ich mich nicht mehr auf konventionelle Erklärungen verlassen kann. Nachdem ich von meiner Kindheit berichtet hatte, folgte ein überwältigendes Gefühl der Unbehaglichkeit. Anfänglich schob ich das noch auf die Angst, die wiederkehrte, nachdem ich durch das Erzählen dieser traumatisierenden Ereignisse erneut genauestens im Kopf durchgegangen bin. Doch als die Tage vergingen, fühlte es sich an, als wäre da noch mehr. Das Gefühl von nahendem Verderben schob sich in meine Gedanken. Obwohl ich einigermaßen gut schlafen konnte, fand ich keine Ruhe. Jeden Morgen wachte ich auf und fühlte mich, als hätte ich jahrelang kein Auge zugetan. Es geschah nichts Seltsames, keine nächtlichen Besucher, keine unwillkommenen Bettgenossen, kein keuchendes Atmen aus den Wänden. Doch trotz all dem plagte mich das seltsame, unbekannte Gefühl, dass ich nicht allein war. Versteh mich nicht falsch, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass jemand mit mir in dem Zimmer war. Ich sah, hörte und roch auch nichts Übernatürliches. Aber ich spürte etwas schwach am Rande meines Bewusstseins. Etwas ist auf dem Weg zu mir, etwas kündigt sich an, wie die ersten schwachen Stöße stehender Luft aus einem U-Bahn-Tunnel, welche die Ankunft eines unaufhaltsamen Monstrums ankündigten. Überraschend, doch erwartet. Dieses seltsame Gefühl wuchs mit jedem Tag, der verging. Es schob sich unter meine Haut und tief in meinen Kopf wie ein Krebsgeschwür. Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit auf ein paar Schreibprojekte zu richten, meinen Verstand mit anderen Gedanken zu füllen und keinen Platz mehr für diese Erinnerungen zu lassen. Doch das half nichts. Meine Angst wuchs, bis ich an nichts anderes mehr denken konnte. Ich musste etwas unternehmen. Damals hatte ich an der Universität jahrelang Psychologie studiert und weiß daher, dass Angst oft aus Kontrollverlust entsteht. Daher ist die effektivste Methode dagegen vorzugehen. Die Kontrolle wiederzuerlangen. Und das hatte ich vor. Nenn es dumm. Aber ich plante, zurück zu diesem Ort zu gehen. Zurück zu diesem Haus, wo all diese unvergesslichen Ereignisse stattfanden. Ich wollte mich selbst mit diesen Erinnerungen konfrontieren und mir zeigen, dass all das Unsinn ist. Die Fahrt zu meinem alten Haus würde stundenlang dauern, aber das machte mir nichts aus. Ich war zuversichtlich, gespannt und gut gelaunt. Ich hatte die Kontrolle wiedererlangt und nichts konnte mich nun davon abhalten, mir selbst zu zeigen, dass dieser Ort, den ich mein Leben lang gefürchtet hatte, nichts anderes war, als ein gewöhnliches, langweiliges, harmloses, kleines Haus, mitten in einer durchschnittlichen Vorstadt war. Fröhlich fuhr ich erst die Landstraße und dann die Autobahn entlang. Dann schaffte ich es endlich in die Stadt. Nach und nach kamen mir die Straßen bekannter vor. Erinnerungen an Spiele mit Freundinnen der Nachbarschaft brachen über mich herein. Ein Spielplatz mit meiner Lieblingsrutsche, eine kleine Wiesenfläche, wo wir immer Fußball gespielt hatten, der Schulhof gefüllt mit Versteckspielen und längst vergangener Freundschaften, von denen mich bestimmt jeder schon vergessen hatte, die ich aber niemals vergessen würde. Meine Gedanken verschwanden so sehr an diesen wunderbaren Erinnerungen, dass ich es fast nicht mitbekam, wie ich in die Straße einbog, in der ich früher gelebt hatte. Sie war lang und verschwand weit hinten in einer scharfen Kurve. Es war eine ziemlich alte Gegend, schon lange vor der Erfindung des Autos gebaut. Das erkannte man vor allem an den schmalen Straßen, die ein seltsam klaustrophobisches Gefühl verursachten. Als würden die Häuser sich höhnisch vorbeugen und einem boshaft nachstarren. Ich verlangsamte mein Tempo und sah mir jedes Haus, an dem ich vorbei fuhr, genau an. Sie sahen sich alle ziemlich ähnlich. Dann plötzlich begann mein Herz schneller zu schlagen und mir lief ein Schauer über den Rücken. Da war es. Da stand mein altes Haus. Es war schon spät am Abend und die Straßen lagen leise und verlassen da. Ich sah es an und fragte mich, wie solch ein gewöhnliches Haus mir so viel Angst einjagen könnte. Anfänglich hatte ich geplant, es mir nur von außen anzusehen, um es für mich als einfaches Gebäude ohne unerklärliche Phänomene abzustempeln. Doch als ich parkte, atmete ich tief durch und bevor ich es mitbekam, war ich schon aus dem Auto ausgestiegen, ging zu dem alten Metalltor, dessen helles Blumenmuster bereits vergraut ist und dessen grüne Farbe schon zum Großteil abgeblättert ist und nichts als Rost unter sich enthüllte. Ich strich mit meinen Fingern über dessen unebene Oberfläche und es stieß mit einem leisen Keuchen vorsichtig auf. Als ich den kurzen Weg zum Haus entlang ging, fiel mir auf, wie vollkommen der Garten war. Ich dachte mir, was für eine Verschwendung das sei, der ganze Rasen war voller Unkraut und hohe, seltsame Pflanzen. Doch als ich dem Haus näher kam, bemerkte ich, warum das so war. Das Gebäude stand leer. Wieder schauderte ich und als meine Angst wuchs, redete ich mir einen Spruch ein. Die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Ich nahm an, dass das Haus zum Verkauf stünde und der Besitzer einfach nichts auf den ersten Eindruck hält. Doch als ich mich umschaute, konnte ich kein Zuverkaufenschild entdecken und auch sonst nichts, was auf so etwas hinweist. Das Haus schien wirklich so, als wäre es verlassen und vergessen worden und würde nun allmählich verrotten. Die Fenster waren zu verdreckt, um hindurch zu sehen. Also ging ich ums Haus herum und fand tatsächlich noch ein paar Fenster, durch die ich hindurchsehen konnte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein heruntergekommenes Haus komplett leer sein würde, doch ganz im Gegenteil. Es war gefüllt mit Gegenständen des modernen Alltags. Ich sah einen Fernseher in einer Ecke des Wohnzimmers stehen, einen Esstisch, auf dem ein Haufen alter Zeitschriften verteilt war, verschiedene Möbelstücke, die nur darauf warteten, wieder benutzt zu werden und ein paar Kaffeebecher auf einer Fensterbank, noch halb voll und mit Schimmel überzogen. Ich hätte tatsächlich geglaubt, dass hier noch jemand wohnen würde, wäre nicht alles mit einer dicken Staubschicht und sogar ab und zu ein paar Spinnennetzen bedeckt. Es schien, als wären die ehemaligen Bewohner ganz plötzlich geflohen und nie zurückgekehrt. Ich kämpfte mich durch das hüfthohe Gras und erreichte letztendlich dieses harmlose kleine Fenster auf der Rückseite des Hauses. Allein der Anblick bereitete mir schon ein ziemlich ungutes Gefühl, doch das lag wohl eher an den Erinnerungen, als an dem Gefühl, beobachtet zu werden, wie es früher immer der Fall war. Als ich hindurch sah, schien der Raum unheimlich unverändert. Es gibt zwar nicht viel, was man an so einem kleinen, engen Raum verändern kann, doch durch das verdreckte Glas schien er genauso, wie er war, als ich dort gelebt hatte. Ein Bett, ein paar Regale und scheinbar auch ein paar Spielsachen auf dem Boden. Sofort packte mich Wut, doch ich schüttelte sie schnell wieder ab. Dieses Zimmer war eindeutig das eines Kindes. Und der Gedanke daran, dass dieses Wesen ein anderes, unschuldiges Kind gequält hatte, füllte mich mit Verachtung und in mir wuchs das Gefühl, jedes Kind auf dieser Welt vor dieser Abscheulichkeit zu beschützen. Als ich auf die Wand sah, an der das Bett stand, wurde ich fast ohnmächtig. Für einen Moment, einen wirklich winzigen Moment, dachte ich, die Bettdecke hätte sich bewegt. Mehr als das, ich könnte schwören, ich hörte durch das Glas hindurch ein keuchendes Atmen. Ich schloss meine Augen und redete mir ein, dass das nur Einbildung gewesen sei. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich nichts außer einem leeren Schlafzimmer. Keine bösen Geister, nichts Übernatürliches, nur ein Raum, nicht mehr und nicht weniger. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als ob das erste Mal seit Tagen alles mit der Welt wieder in Ordnung sei. Das war vielleicht Wunschdenken, doch ich hatte wirklich das Gefühl, mir selbst gezeigt zu haben, dass dort nichts war, vor dem ich Angst haben müsste. Es begann dunkler zu werden und ich wollte noch vor Einbruch der Nacht wieder zu Hause sein. Ich war froh, meine Angst hinter mir gelassen zu haben. Doch es gab noch eine Sache, die ich erledigen musste. Als wir das Haus damals verließen, geschah alles so plötzlich. Als Kind war es ziemlich schwer, alles, was ich kannte, zurückzulassen und so gab es eine Sache, an die ich immer denken musste. Am Ende des Gartens stand eine große Platane, welche so aussah, als wäre sie älter als das Haus. Ich war überrascht, wie wenig sie sich verändert hatte. Ich bin älter geworden und fortgezogen. Doch die alte Platane stand so da wie zuvor, eine nahezu freundliche Erscheinung. Ich glaube, es ist ganz normal für ein Kind, irgendwo einen Ort zu haben, wo man Dinge versteckt. Es ist oft die erste Erfahrung damit, etwas für sich allein zu besitzen, worüber niemand anderes sonst verfügen kann. Mein Versteck dieser Art befand sich etwa auf der Hälfte der Platane. Ich glaube, ich habe etwas dämlich ausgesehen, aber ich kletterte glücklich den Baum herauf. Natürlich hatten sich die Zweige verändert, doch die Erinnerungen an Spielen im Schatten der Äste, daran, ein kleines Stück der Welt ganz für mich allein zu haben, schienen klar und deutlich. Es war bemerkenswert, wie viel letztendlich in all den Jahren unverändert geblieben ist. Auf halbem Weg nach oben stoppte ich und musste lächeln. Im Stamm war ein kleines Loch. Ich weiß nicht, ob von einem Tier oder einem vor langer Zeit abgebrochenen Ast, aber in dieser kleinen Höhle bewahrte ich all die Dinge auf, die meine Eltern mir sicher weggenommen hätten, weil sie für mich ungeeignet wären. Meist waren das Dinge, deren Wert an sich gar nicht so groß war oder Schmuggelware von Zwillen und Rauchbomben. Manchmal hatte ich auch gar keinen Grund, diese Dinge zu verstecken, doch als Kind fand ich es spannend, ein Geheimnis zu haben. Die Höhle war dunkel und gefüllt mit den halb verrotteten Blättern der letzten Herbste, doch ich griff hinein, um zu sehen, was noch dort war. Ich konnte es nicht glauben. Ich fand tatsächlich ein Spielzeug, was ich vor Jahren dort versteckt hatte. Ich fühlte das Plastik, die Form war unverwechselbar, doch durch das Laub und die Dunkelheit konnte ich es nicht sehen. Ich bemühte mich, es aus dem dicken, feuchten Gemisch aus verrottetem Laub und Regenwasser zu befreien, doch es schien, zwischen ein paar kleinen Zweigen zu stecken. Der Grund, warum ich so aufgeregt war, war der, dass ich dort eines meiner Lieblingsspielzeuge zurückließ, ein kleiner Soldat des Ersten Weltkrieges aus Plastik. Es hört sich vielleicht nicht nach sehr viel an, doch mir bedeutete er sehr viel. Mein Großvater war gestorben, noch bevor ich geboren wurde und meine Familie erzählte oft von seiner Zeit in beiden Weltkriegen, also spielte ich mit diesen Soldaten diese Abenteuer nach, wobei der kleine Soldat die Rolle meines unerschrockenen Großvaters einnahm. Damals dachte ich, dieser Ort wäre das ideale Versteck für ihn. Die Begeisterung verwandelte sich schnell in Ekel. Mir wurde übel, als ich den Soldaten herauszog, denn es war kein Spielzeug, sondern etwas völlig anderes. Vorher am Grund des Loches im Baum, nun in meiner Hand, befanden sich die sterblichen Überreste eines kleinen Tieres. Die Knochen waren durch meinen Griff gebrochen und verfaulte Fell und Fleischreste hingen zwischen meinen Fingern hervor. Als dann der starke verrottende Geruch des Todes in meine Nase kroch, fiel ich fast vom Baum. Vorsichtig kletterte ich wieder herunter, sonst war da nichts in dem Baum. Mein Spielzeug war weg. Wahrscheinlich hatte es in all den Jahren doch ein anderes Kind gefunden und mitgenommen. Das, was noch von dem armen Tier übrig blieb, vergrube ich unter etwas lockerer Erde am Fuß des Baumes. Sofort verließ ich diesen Ort wieder. Trotz dieses unglücklichen Fundes fühlte ich mich ziemlich gut. Ich hatte wirklich den Mut aufgebracht, dieses Haus noch einmal zu besuchen und zu sehen, wie gewöhnlich es doch war, gab mir das Gefühl, wieder Herr meiner Sinne zu sein. Ich wollte nicht mehr als eine natürliche Erklärung. Ich verabschiedete mich von dieser Gegend, ließ diese Erinnerung ein für alle Mal hinter mir und fuhr nach Hause. Als ich auf die Autobahn einbog, sickerte langsam etwas aus meinem Unterbewusstsein. Erst ignorierte ich es, dachte, ich bilde mir das nur ein, doch als auch die letzten Sonnenstrahlen hinterm Horizont verschwanden, spürte ich in mir einen unaufhaltsamen Drang wachsen. Ich spürte, dass ich diesem Drang unter allen Umständen folgen musste, da mir sonst etwas Schreckliches passieren würde. Ich will nach Hause. Ich beschleunigte und überholte die anderen Autos. Dabei sah ich immer wieder in den Rückspiegel, ob ich verfolgt wurde. Ich muss nach Hause. Ich beschleunigte noch mehr, schaute nur noch in den Rückspiegel, als würde ich vor etwas Unsichtbarem flüchten. 70, 80, 100 Meilen pro Stunde. Ich raste über den Asphalt, hupte, schrie, während der Schweiß an mir herablief. Was geschah hier? Bitte, lass mich nach Hause. Ich umklammerte das Lenkrad mit meiner ganzen Kraft, als ich auf die Landstraße einbog, die direkt zu meiner Stadt führte. Die Straßen waren alt und rissig, alles war verlassen und lag in unheilverkündender Dunkelheit. Ich stellte meine Scheinwerfer auf Fernlicht und atmete erleichtert auf, als ich in der Ferne ein anderes Licht sah. Diese Angst, die mich auf der Autobahn ergriff, schien weniger zu werden. Trotzdem sah ich noch zu oft in den Rückspiegel, um sicher zu gehen, dass mir niemand folgte. Ein seltsamer Gedanke. Zu denken, dass mich irgendetwas verfolgt und dafür andere in Gefahr bringen? Verrückt. Trotzdem, verrückt oder nicht, ich hatte den Drang, so schnell wie möglich dort zu verschwinden und trotz, dass ich es geschafft habe, meine Gedanken wieder zu kontrollieren, sehnte ich mich durch die verlassenen Straßen, auf der ich mich befand nach meiner eigenen Straße, meinem Haus, meinem Bett. Nervös durchquerte ich die kurvigen Straßen, die sich durch die Landschaft zogen. Als ich eine Straßenlaterne als erstes Anzeichen auf die Stadt erblickte, fühlte ich eine Erleichterung, wie ich sie nur selten zuvor gespürt hatte. Ich parkte vor meinem Haus, drehte den Motor ab und saß für einen Moment in der Stille da. Dieser Quatsch musste aufhören. Wesen, die aus der Wand kommen, die mich nachts beobachten, all das war Wahnsinn. Morgen würde ich wieder ganz von vorn anfangen, nicht mehr von irgendwelchen Kindheitserinnerungen schreiben, keine angsterfüllten Nächte mehr durchleben. Alles würde wieder normal werden. Ich gehe zur Arbeit, verbringe Zeit mit meiner Freundin und vor allem meinen Glauben an Wissenschaft und Rationalität wiederherstellen. Dann beugte sich das Ding vom Rücksitz zu mir vor, packte an meine Schulter und blies mir von hinten seinen fauligen, ranzigen Atem aus dem tiefsten Tiefen seiner Lunge in den Nacken. Ich warf mich gegen die Tür, meine Arme fuchtelten auf der Suche nach dem Griff wild umher. Panik ergriff mich, eine Panik, die ich nur zu gut von damals kannte, als ich vor all den Jahren in diesem ekligen Raum wach im Bett lag, die Luft in dem Auto war kühler geworden, doch das war nichts im Gegensatz zu den eiskalten Fingern, die sich in meine Schulter bohrten. Ich dachte wirklich, ich würde sterben, dass dieses Ding endlich seinen Willen bekommen würde. Endlich kam mir der Türgriff in die Finger. Ich riss sie auf und fiel vom Fahrersitz auf den Boden. Für einen kurzen Moment dachte ich, etwas im Rücksitz gesehen zu haben, ein Wesen, das einen dünnen alten Mann ähnelte. Auf seinem Gesicht ein verdrehtes, verzerrtes Grinsen, das wortwörtlich von einem Ohr zum anderen reichte. Zum Glück war sonst niemand da. Ich muss wie ein totaler Irrer ausgesehen haben, denn das Auto war leer. So schnell es ging, schnappte ich mir die Schlüssel aus der Zündung und trat die Tür zu, um sie für die Nacht abzuschließen. Schwankend ging ich den Weg entlang und trat in mein Haus. Ich bin ehrlich, ich hatte mich an diesem Abend in den Schlaf getrunken. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich Beweise habe, wirkliche, physische Beweise für etwas Übernatürliches. Bestimmt fragst du dich jetzt, was dieser Beweis ist. Nun, ich könnte sagen, dass dieser Beweis die Wunde in meiner Schulter ist, die mich immer wieder zum Schaudern bringt. Oder das aufgebrochene Schlafzimmerfenster, welches ich heute Morgen entdeckte, dessen Bruchspuren eindeutig von Klauen stammen oder sonst was. Aber nein, nichts von all dem erschreckt mich so sehr wie dieses eine, was ich sofort bemerkte, nachdem ich aufwachte. Die simpelsten Botschaften sind meistens die schrecklichsten. Als ich aufwachte, lag auf meiner Brust der Soldat, den ich als Kind versteckt hatte, in zwei Hälften durchgebissen. Bad Time 4 Unheil bahnt sich an Die letzte Nacht war eindeutig die schlimmste meines Lebens. Ich kann mich nur schwer dazu bringen, das alles hier jetzt noch einmal durchzugehen. Mittlerweile habe ich schon veröffentlicht, was an diesem verfluchten Ort, den ich einst zu Hause nannte, geschehen ist. Ein Besuch, der meine Kindheitsängste zurückkehren ließ. Vollkommen egal, was mir hätte widerfahren können. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was vergangenen Nacht geschah. Nachdem ich mit dem Anblick des in zwei Hälften gebissenen Spielzeugsoldaten aufgewacht bin, fand ich das Fenster leicht geöffnet vor. Nach kurzer Untersuchung war ich mir sicher, dass es von außen aufgebrochen wurde, die Schlösser waren verbogen, als ob sie sich in einer uneingeschränkten, ungebundenen, rohen Macht unterworfen hätten. Von außen konnte ich drei Einkerbungen erkennen, wo der unwillkommene Hausbesucher scheinbar eine Art Werkzeug benutzt hatte, um das Fenster aus dem Schloss zu hebeln. Seltsam war allerdings, dass diese Kratzer sich über den ganzen Rahmen des Fensters zogen, wobei eine Brechstange oder ähnliche Geräte nur eine Delle dort hinterlassen hätten, wo sie benutzt würden. Nichts war gestohlen und ich begann die Spuren als von Menschen Hand geschaffen anzusehen und nicht mehr als durch Klauen verursacht, wie ich es vorher tat. Ich konnte mir bloß nicht anders erklären, wie der Spielzeugsoldat zu mir zurückgekehrt ist, schon bei dem kleinsten Gedanken daran sank mein Herz. Ich weiß, dass er eine Nachricht darstellen sollte, doch mir schien der Ehr wie ein makabrer Scherz, der mehr die Rückkehr meiner Kindheit ankündigt als etwas, wo ich die verrücktesten Dinge hinein interpretierte. Ich verbrachte den Morgen damit in jedem Raum nachzusehen, ob etwas gestohlen wurde. Nichts fehlte. Ich konnte nur hoffen, dass dieses Ding auf dem Rücksitz, die nach zuvor, mich nur ein allerletztes Mal erschrecken wollte und sich nun endgültig auf- und davon gemacht hatte. Vielleicht war es so weit von diesem Zimmer entfernt schwächer. Normalerweise ist es recht einfach, sich ein traumatisches Erlebnis wenigstens etwas schöner zu reden. Ich aber schaffte das in diesem Fall nicht. Dieses kaputte Spielzeug war nicht nur ein Scherz, es war ein Versprechen. Ein Versprechen dafür, dass es zurückkommen wird, für etwas, was ich nicht wahrhaben wollte. Meine Gedanken richteten sich wieder auf diese schrecklichen Nächte aus meiner Kindheit. Mich überkam wie damals wieder diese Sehnsucht nach dem Tag und die Angst vor der Nacht wie ein unnachgiebiger alter Feind und meine Furcht wuchs, je mehr der Tag sich dem Ende neigte, fraß mich auf und brachte mich dazu, mir die seltsamsten Dinge auszudenken, die dieses Wesen mit mir anstellen würde, wenn ich es wirklich versehentlich mit nach Hause gebracht hätte. Versteh mich nicht falsch, meine Sorgen drehten sich nicht nur um mein eigenes Wohl. Als Kind dachte ich, dass dieses Etwas nur darauf versessen war, mich zu kriegen und glaubte keine einzige Sekunde daran, dass Familie und Freunde irgendeine Gefahr drohte. Das hat sich geändert, ich hatte Angst, ich spürte nichts anderes als Sorge um meine Mitbewohnerin, denn, wie du vielleicht schon weißt, lebe ich nicht allein. Vor etwas mehr als zwei Jahren sind meine Freundin und ich zusammen hier eingezogen. Ich habe eindeutig schon genug Schaden angerichtet und werde deshalb nicht ihren richtigen Namen nennen. Stattdessen bezeichne ich sie hier als Mary. Mary und ich lebten glücklich zusammen und waren sehr verliebt. Ich wollte ihr an Weihnachten eigentlich sogar einen Antrag stellen, aber das hat sich jetzt wohl alles erledigt. Dieser ursprünglich so schöne Moment ist von einer widerlichen Scheußlichkeit endgültig zerstört worden. Eine Scheußlichkeit, die ihr ja mittlerweile alle kennen müsstet. Ich wusste, dass sie an diesem Abend nach Hause kommen würde. Sie arbeitet in Schichten und wird oft versetzt, weshalb sie öfter gleich für mehrere Tage weg ist. Stattdessen befindet sie sich auf irgendwelchen Konferenzen und Ausstellungen, die sich über das ganze Land verteilen. Ich beschwere mich nicht. Wir beide wissen, dass mir ab und zu ein paar Tage allein auch ganz gut tun können, vor allem, weil ich mich so ungestört voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren kann. Trotzdem vermisse ich sie und nach diesen Ereignissen der Vergangenheit, dem erneuten Durchleben dieser Erinnerungen und dem Wiederkehren meiner Ängste vermisse ich sie mehr als je zuvor. Sie kam etwa gegen 18 Uhr und ich empfing sie mit einem Lächeln, einer warmen Umarmung und einem herzlichen Kuss. Ich versuchte, meine Beunruhigung so gut es ging zu verstecken, aber Mary kennt mich eben besser als jeder andere Mensch auf der Welt, deshalb fragte sie ohne zu zögern, Was ist los? Es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden und ich stotterte etwas herum, als ich ihr erzählte, dass ich eine Geschichte aus meiner Kindheit aufgeschrieben habe und das erneute Durchleben dieser dunklen, unschönen Erinnerungen mich etwas fertig machte. Mary hatte eine extrem sorgsame Persönlichkeit und so legte sie ihre Koffer und Taschen auf den Boden, setzte sich mit mir aufs Sofa und sagte auf ihre ruhige, weiche Art, ich solle ihr alles genau erzählen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte dieses Ding nicht erwähnen, diese Scheußlichkeit, die nun ihren Weg zu uns gefunden hatte, ein unsichtbarer Eindringling, eingelassen von meiner idiotischen Neugier. Zu diesem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, dass sie mich für verrückt halten würde, hätte ich es ihr erzählt. Doch nun, im Nachhinein wünschte ich, ich hätte ihr die volle Wahrheit erzählt. Wenn es eines gibt, was einer Beziehung mehr schadet als eine Lüge, ist eine Halbwahrheit. Nicht, weil so etwas einfach nur Betrug ist, sondern, weil es die verdorbene Wahrheit ist, verdreht und dazu missbraucht, dem Erzähler so ausgelegt zu werden, dass es seinen Vorstellungen entspricht. Ich erzählte ihr meine Halbwahrheit. Ich erzählte ihr von den Geschehnissen aus diesem seltsamen Zimmer und von dem Wesen aus dem Schaukelstuhl. Doch das ist, wo die Wahrheit endete und die Lüge begann. Ich erzählte ihr überlegt und bewusst, dass das alles nur meiner kindlichen Einbildung entsprungen war und ich erzählte nicht von meinem Besuch beim Haus meiner Kindheit, da ich wusste, dass sie früher oder später das aufgebrochene Fenster und die Spuren entdecken musste. Spann ich die Geschichte von einem Einbrecher zusammen, den ich heldenhaft vertrieben hatte. Ich machte mich zu einem Helden, ich log sie an und sie war sichtlich beeindruckt, behandelte mich besonders freundlich, alles wegen einer hässlichen Täuschung. Zu dem Zeitpunkt war mir die Wahrheit peinlich und nun schäme ich mich für diese Lüge, wäre ich ehrlich gewesen, hätten wir diese ganze Sache vielleicht zusammen durchstehen können. Doch stattdessen nutzte dieses Wesen meine Unehrlichkeit und trieb einen Keil zwischen Mary und mich. Dann nahmen mir die Geschehnisse der letzten Nacht das Wichtigste, was es in meinem Leben gab. Ich wollte nicht, dass es Nacht wird, doch sie kam in all ihrer Schmerze und hüllte uns in unserem Bett langsam in Dunkelheit. Mary schlief schon, jeder ihrer Atemzüge, eine beruhigende Erinnerung daran, dass ich nicht allein war. Doch trotz der Tatsache, dass es mir um einiges besser geht, wenn jemand bei mir ist, tat ich die ganze Nacht kaum ein Auge zu. Wenn mein ungebetener Gast eintreffen würde, das wusste ich aus Erfahrung, würde er vorsichtig sein und mit jedem seiner unbemerkten Besuche die Kontrolle über mich verstärken. Als wenn es Zeit bräuchte, um seine volle Kraft zu erlangen, als würde es sich an meiner Angst laben. Nervosität hielt mich auf Trab und bekämpfte den nahestehenden Schlaf mit beeindruckendem Erfolg. Am Ende gewann dann aber doch die Müdigkeit. Und während mein Wecker so auf vier Uhr morgens zuschwankte, ergriff mich der Schlaf. Die entspannende, dunkle Decke der Vergessenheit wusch meine Angst fort und meine Sorgen waren nur noch eine ferne Erinnerung. Mit einem leisen Seufzer sank ich noch tiefer in die Matratze und schlief endlich ein. Egal wie tief der Schlaf auch ist, nur selten kann er auch nicht gestört werden. Während ich gerade an der Schwelle zu einem Traum schwebte, begann mich etwas zu stören. Langsam schob es sich in meinen Kopf. Ich öffnete meine Augen und wartete darauf, dass sie wieder klar werden. Mary lag ruhig neben mir. Ich beruhigte mich etwas, indem ich ihrem Atmen zuhörte. Einatmen, gefolgt von Ausatmen, wieder und wieder, rhythmisch, beständig. Ich begann wieder einzuschlafen. Aber nein, da war etwas anderes, klar und doch undefinierbar. Es schien leise und entfernt, fast als wäre es von etwas bedeckt, als käme es hinter irgendetwas hervor. Ich versuchte genau hinzuhören, doch es war zu leise. Ich blieb noch ein paar Minuten liegen, doch mit jeder Sekunde schmerzte dieser unhörbare Ton in meinen Ohren wie eine Glasscherbe auf einem offenen Nerv. Der Schlaf hatte mich nun endgültig verlassen. Frustriert entschied ich mich dazu, den Ursprung dieses Geräusches zu suchen. Ich setzte mich auf und hörte genau hin. Dieses Geräusch war anders als alle anderen, die ich je zuvor gehört hatte. So leise. Doch als mein Verstand sich endlich voll auf dieses Geräusch richtete, glaubte ich zu wissen, was ich hörte. Es war wirklich von etwas bedeckt, aber für mich klang es wie ein sich wiederholendes Gemurmel. Ich glaube, ich habe etwas Ähnliches doch schon einmal gehört, als ich meine Großmutter im Altersheim besuchte. Ein Ort, welcher von seinen verwirrt durch die Hallen laufenden, gebrochenen Bewohnern, welche sich windend und immer wieder sich selbst von den vergangenen Tagen erzählen, oder einfach nur zusammenhanglose Worte redend durch die Gegend schleichten, einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Daran erinnerte es mich. Ein kontinuierlicher Strom nicht entzifferbarer Worte, gesprochen von jemanden in ewiger Verwirrung. Ich schaute zu Mary. Ihre Brust hob und senkte sich bei jedem Atemzug. Ohne sie zu stören, stand ich auf und bemerkte sofort, dass das Gemurmel lauter geworden war. Unter der Tür kroch etwas Licht hervor, denn ich hatte das Licht im Flur angelassen, das tue ich immer. Durch dieses Licht konnte ich das Zimmer schwach, aber sicher erkennen. Ich schaute mich um, um zu sehen, ob irgendetwas anders war, doch der Raum lag da wie zuvor. Meine Gedanken wanderten wieder zu dem zweiten Zimmer, wo ich als Kind auch Geräusche von etwas hörte. Eine zwar erst ungesehene, aber durchgehend präsente Bedrohung. Als ich einen Schritt nach vorne ging, wurde das Gemurmel wieder ein Stück lauter. Ich konnte zwar immer noch nicht verstehen, was gesagt wurde, aber ich erkannte die Art der Stimme. Sie klangen alt, über die Jahre trocken geworden, da im rauen, kehligen Unterton. Die Worte wiederholten sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und schienen ängstlich und von einer seltsamen Barriere gedämpft. Ich hatte Angst, aber die Tatsache, dass Mary im selben Zimmer war, gab mir Mut. Mit einem tiefen Atemzug voller Beklommenheit nahm ich einen weiteren Schritt nach vorne und spürte den kalten Boden unter meinen Füßen. Wieder wurde die Stimme lauter. Es kann auch nur Einbildung gewesen sein, aber ich könnte schwören, dass die Stimme aufgeregter klang, als ich näher kam. Als ich den nächsten Schritt machte und die Lautstärke des Gemurmels wieder anstieg, bekam ich einen riesigen Schrecken. Zwischen dem unverständlichen Gebrabbel konnte ich ein Wort heraushören. Ein Wort, welches förmlich einen Eiszapfen in meine Knochen schlug. Ein Wort, welches mir Angst bereitete. Es sprach meinen Namen. Es kannte meinen Namen. Ich weiß nicht warum, aber an dieser Stelle wusste ich, dass es eine unbegrenzte Reichweite hat. Ich wusste, dass ich es wohl nie loswerde. Ich wusste, es konnte mich jeden Moment einfach umbringen. Plötzlich bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel, eine Bewegung, gefolgt von dem Rascheln von Stoff. Nun wusste ich, wo diese seltsame, aufgeregte Stimme herkam und warum sie so dumpf klang. Ich sah es, ein paar Schritte vor mir. Da stand es, hinter den geschlossenen Vorhängen. Der helle Mond drang nicht ganz durch den dicken Stoff hindurch, reichte aber gerade aus, dass ich schwach die Umrisse des Wesens erkennen konnte, das mich durch die Vorhänge durch beobachtete. Ich kann nicht beschreiben, wie komisch ich mich dann fühlte. Meine Angst stieg wieder an, doch ein seltsamer Zwang, eine ziemlich unpassende Absicht überkam mich. Ich musste sehen, was es ist. Ich machte noch einen vorsichtigen Schritt auf die Vorhänge zu. Sie schwangen leicht hin und her, als ob sie von einem leichten Windhauch erfasst wurden, doch ich konnte nicht sagen, ob dieser von mir oder dem Ding hinter dem Schleier aus Stoff verursacht wurde. Ich war nun nah genug, um sein mühsames Atmen zu hören, wie die Luft sich mit jedem Atemzug lautstark an der schleimigen Flüssigkeit in seinem Hals vorbeischiebt. Das war es. Ich würde mich diesem Monster gegenüberstellen, diese lebendig gewordene Kindesangst. Während ich langsam meine rechte Hand hob, berührte ich versehentlich den Stoff, wodurch ein leichtes Wanken des Vorhanges diesen für einen winzigen Augenblick teilte. Ich stöhnte erschrocken auf, auch wenn es wirklich nur für einen kurzen Moment war, offenbarte der Spalt zu lange, was dahinter stand. Ich kann kaum beschreiben, wie es aussah. Auch jetzt noch schließe ich meine Augen und wünschte, ich könnte es einfach aus meiner Erinnerung löschen. Es wackelte und zitterte, während es weitersprach und immer wieder dieselben unverständlichen Worte wiederholte, wobei es klang, als würde es eine bizarre Mischung aus unzähligen Sprachen sprechen. Seine schlaffe Haut zog sich über spröde, hervorstehende Knochen, Wirbelsäule, Rippen und innere Organe stachen unter seiner hauchdünnen, blassen, matten, violetten, fast blauen Hülle hervor. So unterernährt es auch schien. Sein Magen war voll und an seinem Platz, und die knochige Erscheinung trug nicht gerade dazu bei, das Gefühl zu vermindern, dass es fähig war, seinen Opfern viel brutales, perverses Leid zuzufügen. Übelkeit stieg in mir hoch, als ein verdorbener, widerlicher Gestank die Luft erfüllte. Als er weiter murmelte, klang es, als wären seine Zähne kaputt und zerbrochen. Ich konnte nicht anders als Mitleid für diesen zitternden Wicht zu verspüren. Es schien, als müsste er schon ziemlich lange hungern. Meine Gedanken wurden etwas klarer und ich merkte wieder, dass dieses Ding nicht zu bemitleiden, sondern zu fürchten ist. Man kann es nicht verstehen, nur bekämpfen. Ihm war nicht kalt, es zitterte vor Aufregung, wie ein Drogenabhängiger vor der nächsten Ladung. Während ich noch darüber nachdachte, was ich gerade gesehen hatte, bereitete ich mich schon wieder darauf vor, den schützenden Schleier aus Stoff wegzuziehen und zu offenbaren, was dahinter ist. Ein kaltherziges Etwas, ein Spanner der schlimmsten Art, ein abartiges Nagen an seinem eigenen Vergnügen. Als ich erneut meine Hand hob, bemerkte ich etwas. Ein unaufhörlich verworrenes, raues, undeutliches Flüstern quetschte sich durch seinen zerstörten Mund und murmelte die drei schrecklichsten Worte, die ich je gehört hatte. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich spürte einen kalten Atem in meinem Nacken. Ich bewegte mich nicht, doch Liebe ist zu stark. Wäre ich allein gewesen, hätte Angst mein logisches Denken ausgelöscht, doch Mary schlief im selben Raum, in dem sich auch dieses Etwas befand. Ich musste sie beschützen. Ich drehte mich langsam um, während ich das tat, hörte ich dieses Ächzen und Stöhnen. Nach einer Vierteldrehung konnte ich seinen Atem riechen. Der Gestank des Todes lag in der Luft wie die Pest. Dann hörte ich eine Stimme, doch sie kam nicht von diesem Ding. Sie kam von Mary. Sie stieß einen panischen Schrei aus, der mein Herz zerriss. Einen Schrei, der mich bis in alle Zeit verfolgen wird. Nun sprang ich sofort herum und wollte mich vor Wut auf es stürzen, doch es stand nicht hinter mir, es saß auf dem Bett, es wackelte herum, sein Atem rasselte vor Vergnügen, seine Wirbelsäule, verbogen von all den qualvollen Jahren, brach fast unter dem löchrigen Stück Stoff hervor, welches einen Teil seines Körpers in einem verzweifelten Versuch, wenigstens etwas menschlich zu wirken, bedeckte. Aber ist es menschlich? War es vielleicht wirklich einmal ein Mensch gewesen? Oder war es etwas so niederträchtiges, etwas so verabscheuungswürdiges, so verstoßen und mitleidslos abgewiesen, dass kein Mann und keine Frau es jemals auch nur annähernd verstehen könnten? Jetzt stützte ich mich erst recht auf es, riss es an seiner losen Haut, versuchte mit all meiner Kraft, es von Mary wegzuziehen, doch es fuhr scheinbar ungestört weiter fort damit, freudig ihr Gesicht in die Kissen zu drücken und ihr mit seinen langen, dünnen Fingern über ihren nackten Körper zu streichen, wobei es all seine anderen Glieder unter lautem Knacken in die unmöglichsten Positionen verrenkte, um sich an das Bett zu klammern. Mary's Schreie klangen dumpf unter dem Kissen hervor und ich bekam Angst, dass sie ersticken würde. Ich rief, ich schrie, ich flehte dieses Ding an sie in Ruhe zu lassen, um mich stattdessen zu nehmen, doch das schien es nur noch dazu anzutreiben, noch härter zuzudrücken. Es tat ihr weh, es verletzte sie, meine wunderbare Mary. Plötzlich hörte es auf, es hielt zwar immer noch mit einer seiner spröden, dünnen, mageren Hände ihren Kopf im Kissen, doch es griff sie nicht weiter an. Ich umklammerte seinen Hals, es tat mein Bestes, um es herunterzureißen, doch meine Bemühungen waren umsonst. Seine dürre Erscheinung täuschte. Es hatte immense Kraft. Qualvoll musste ich mit ansehen, wie es begann, seine toten Finger durch Mary's Haare gleiten zu lassen, langsam, fast schon liebevoll. Ich hörte jetzt nichts mehr, außer dem Brechen seiner Knochen, dem Knacken seiner Knöchel und dem Reißen seiner Sehnen. Was für ein Glück, es wollte Mary doch nichts antun. Ich hing mittlerweile auf seinem Rücken, einen Arm um seinen Hals gedrückt, während seine Wirbelsäule in meinen Magen stach. Während mein Kinn an seiner rauen Haut entlang schliff, drehte es seinen Kopf auf unmenschliche Weise. Sein Nacken krachte und ächzte unter der Anstrengung, als ob er von tausenden Jahren Leichenstarre daran gehindert wurde. Nun sah es mich an. Manche von euch kennen bestimmt das Gefühl, sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, ich war jedenfalls an dieser Stelle ziemlich dankbar, dass dieser Fall eintrat. Ich war so nah an seinem dunklen, kalten Blick dran, dass ich außer diesem Blick nichts anderes in seinem Gesicht wahrnahm. Ich zog noch fester, fluchte, schrie, ich hätte ihm den Kopf abgerissen, wenn ich gekonnt hätte. Aber es war alles vergebens. Es fuhr unbekümmert damit fort, seine Finger durch Marys Haar gleiten zu lassen, während es mich nur ansah. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals von diesem Geräusch erholen kann, welches aus etwas, wovon ich denke, dass es der Anflug eines Grinsens sein sollte, hervorsickerte. Ein stündendes Seufzen, ein Grunzen, etwas, was sehr nach einem finsteren Lachen klang. Als sein Gesicht meines berührte, starrte es tief in meine Augen. Noch nicht einmal meine Reflexion schien zurück. Seine Augen waren zwei leere, schwarze Glaskugeln in der Dunkelheit seiner Augen höhlen. Ohne eine Spur von Licht, Freude oder Liebe in sich. Es sah aus, als wolle es mir etwas sagen, mir eine einfache Nachricht mitteilen. Böswilligkeit. Mit seltsam hackenden und gewaltvollen Bewegungen riss es eine Handvoll von Marys Haaren aus ihrem Kopf, wobei es eine offene Wunde hinterließ. Dann war es weg. Mary schrie nichts, sie schluchzte nur. Ich schaltete die Nachttischlampe an und egal, was ich sagte, ich konnte sie nicht beruhigen. Sie weinte unkontrollierbar heftig. Das Bett war übersät mit Flecken von Blut, welches aus dem unzähligen Kratzern auf ihrem Rücken und der großen Wunde heraus sickerte, wo vorher ihr Haar gewesen war. Ich nahm sie in den Arm und sagte, dass alles wieder gut werden würde. Dann sah sie mich an. Als ich in ihre mit Tränen gefüllten Augen sah, wusste ich, was sie dachte. Sie glaubte, dass ich sie angegriffen hatte, dass ich ihr das angetan hatte. Von all den Erinnerungen, die ich habe, war dieser Blick voll Ekel und Abscheu, als die schmerzvollste erhalten geblieben. Sie ist weg. Nachdem sie sich wieder einigermaßen gesammelt hatte, packte sie ein paar ihrer Sachen zusammen und ging. Ich versuchte ihr alles zu erklären, doch sie hörte mir noch nicht einmal zu. Sowieso, wer würde solch eine absurde Geschichte glauben. Sie sagte nur, dass sie die Polizei aus dem Spiel lassen würde, doch wenn ich irgendwie versuchen sollte, sie zu kontaktieren, würde sie diese sofort alarmieren. Für sie war ich der Angreifer, nicht dieses Ding. Als sie aus der Tür ging, drehte sie sich noch einmal um und sah mich an. Dann brach sie wieder in Tränen aus. Ich habe sie für immer verloren. Die Frau, die ich mehr liebe als alles andere auf dieser Welt, denkt, ich wäre ein abscheuliches, brutales, menschliches Wesen. Wenn sie doch nur verstehen würde, dass, was auch immer es war, nicht menschlich ist und falls es das einmal war, diese Zeit schon lange hinter ihm liegt. Es war heute Morgen um 5 Uhr, als sie ging. Jetzt ist es 9. Ich sitze hier im kalten Licht des frühen Tages an meinem Küchentisch und schreibe das hier, sodass ich eine Art Aufzeichnung habe, sodass die Leute wissen, so dass Mary weiß, dass alles, was von nun an geschieht, nur noch wegen dieser scheußlichen Kreatur aus diesem verfluchten kleinen Zimmer aus meiner Kindheit geschieht, welches nun dieses Elend über mich gebracht hat, über uns. Ich muss mich jetzt von all meinen Gefühlen befreien. Ich könnte hier jetzt einfach sitzen und dem Verlust meiner Beziehung mit Mary hinterher trauern oder mich von meiner Angst überwältigen lassen und nichts tun, aber das würde logischerweise auch nichts bringen. Ich höre draußen das Lachen der Nachbarskinder. Ich erinnere mich an das Gefühl von Glück und Freude, verursacht durch so simple Dinge, wie mit Freunden zu spielen oder einen Baum hinauf zu klettern oder die Frau zu küssen, die ich liebe oder einfach nur nachts einzuschlafen und von schönen Dingen zu träumen, sicher und geborgen im Haus der Familie, Erinnerungen, alles nur Erinnerungen. Ich fürchte, ich werde diese Freude nie mehr spüren können. Dieses Ding hat mich zerstört, aber ich habe mich entschlossen, was auch immer es noch vorhat, was auch immer dieses abscheuliche Vieh noch alles mit mir anstellen will. Ich werde nicht zulassen, dass es noch einer anderen Person Schaden zufügt oder in das Leben eines unschuldigen Kindes eindringt, wie in meines all die Jahre zuvor. Ich muss nun aufhören zu erzählen. Es gibt noch einiges zu tun, bevor es dunkel wird, bevor es wiederkommt. Mein Plan steht und ich brauche nur ein bisschen Glück, dann klappt alles. Ich wünschte, ich könnte sagen, ihr hört von mir, aber das ist unwahrscheinlich. Ich hoffe, ihr wisst, was getan werden muss. Heute Nacht werde ich es töten. Bad Time 5 Schlaf gut Ich zittere, während ich das erzähle. Vor zwei Stunden ließ mich die Polizei wieder gehen und ich bin gezwungen, hier so schnell wie möglich die Ereignisse der letzten Tage zusammenzufassen. Ich möchte alles vergessen, aber ich weiß, dass ich es nicht vergessen kann und auch nicht vergessen sollte. Ich muss erzählen, was passiert ist, sonst werde ich nie zur Ruhe kommen. Sollte ich es jemals wagen, mich wieder von rationalen Erklärungen beeinflussen zu lassen, sollen diese Worte mich daran erinnern, dass es schrecklichere Dinge auf dieser Welt gibt, als sich ein Mensch vorstellen kann. Als Mary ging, wusste ich, dass ich sie für immer verloren hatte. Doch anstatt mich untätig in Depressionen zu stürzen, ließ ich mich von einem bestimmten Gedanken leiten. Ich musste dieses Ding zerstören, bevor es noch irgendeiner anderen unschuldigen Seele Schaden zufügen konnte. Ich wusste, dass ich mein Leben dabei verlieren könnte. Doch da ich das Gefühl hatte, sowieso schon alles verloren zu haben, kam mir das eher wie ein lächerlich geringes Opfer vor. Man sagt zwar, dass man Rache am besten eiskalt serviert, aber nachdem ich all die Jahre davon geträumt hatte, dieses Ding, den dunklen Schatten, der auf mir gelegen hatte, für immer loszuwerden, wollte ich ihm ins Gesicht lachen, während sein Leben langsam erlischt. In dieser Nacht musste es sterben, auch wenn ich mich mit ihm in die Hölle bringe. Die nächsten Stunden beschäftige ich mich damit, ein paar Sachen zusammenzupacken und einen Brief an Mary und meine Familie zu schreiben, worin ich alles erklärte und sagte, dass nichts ihre Schuld war. Ich rief meine Eltern und meinen Bruder an, nur um noch ein letztes Mal ihre Stimmen zu hören, ließ mir aber nicht anmerken, dass das wohl das letzte Mal sein wird, dass wir miteinander sprechen. Meine Mutter fragte mich instinktiv, ob alles in Ordnung sei. Ich lächelte und sagte ihr, dass ich sie lieb habe, bevor ich mich widerwillig verabschiedete. Gegen 19 Uhr ging ich raus zu meinem Auto, die Sonne war schon fast vollständig untergegangen und die Straßen schienen unheimlich still, leise wie ein einsames Begräbnis. Ich setzte mich in den Fahrersitz und ließ die Beifahrertür offen stehen. Ich erwartete einen unwillkommenen Besucher. Um 21 Uhr herum war immer noch nichts geschehen und die kühle Luft von draußen begann schon zu schmerzen. Als ich so da saß, drehten sich meine Gedanken wieder um dieses Wesen. Ich dachte stark über diesen leichenblassen Parasiten nach. Eine Frage erhob sich aus dem Gedankenmeer in meinem Kopf und schwebte deutlich und einsam über dessen Oberfläche. Kann man etwas töten, was schon längst tot ist? Ich wusste nicht, ob es aus einem Grab gestiegen oder ob es ein seltsamer Geist war, den man irgendwie als lebendig bezeichnen konnte. Doch gerade als ich meinen Plan noch einmal im Kopf durchging, geschah etwas. Man konnte es kaum erkennen, doch die Aufhängung bewegte sich ganz leicht. Wäre das unter anderen Umständen geschehen, hätte ich es auf einen Windstoß geschoben, der am Fahrgestell wackelte. Doch ich kannte dieses Gefühl noch zu gut. Ein kaum spürbares Ruckeln am Bett, als dieses Ding unten in es hineinkroch. Ich erkannte es, wenn es da war. Die Luft wurde dichter, als wenn etwas sie verschmutzte. Es war bei mir im Auto. Unsichtbar, ja, aber dennoch da. Als ich ein leises, röchelndes Atmen vom Rücksitz hörte, lehnte ich mich vorsichtig zur Beifahrertür und schloss sie vorsichtig. Ich drehte den Schlüssel um und fuhr auf die Straße. Fast könnte ich schwören, ein leises, seltsam, fieses Kichern von hinten gehört zu haben, das mich auslachen sollte. Wusste es, was ich vorhatte? Es war keine weite Reise und durch die vielen Hügel hob und senkte sich die Straße immer wieder. Eine stetige Erinnerung an diese Isolation in der Nacht. Gelegentlich hörte ich etwas hinter mir, doch ich drehte mich kein einziges Mal um. Geduld. Es würde nicht mehr lange dauern, bis ich es beenden würde. Diese Ironie. Ich war kurz davor, demselben Wesen einen riesigen Schrecken einzujagen, welches mir all die Jahre zuvor Angst gemacht hat. Ich musste ruhig bleiben und fuhr vorsichtig über die von Dunkelheit überschwemmte Landstraße in der Hoffnung, dass mein Mitfahrer nichts ahnte. Ich kam an. Die Räder rutschten über das Gestrüpp, als ich von der Landstraße runterfuhr. Man konnte nun viel weiter sehen und, als ich so auf die umgestürzten, halbverrotteten Bäume sah, bemerkte ich, dass es passte, an so einen unheimlichen Ort zu kommen, um das Unheimlichste von allen endgültig zu zerstören. Die weite Fläche endete abrupt, an einem alten Steinbruch lag eine tiefe Schlucht, an deren Grund sich ein dunkler See befand. Das Gebiet oben an der Klippe war relativ flach, weswegen vor langer Zeit auch noch ein paar Häuser dort standen. Nun deutet nur noch ein Teil einer Straße auf die einzige Zivilisation hin, deren Rest mitsamt der Häuser sich nun auf dem Grund dieses Sees befand. Die Kinder in der Gegend erzählen von rachsüchtigen Geistern der Ertrunkenen, doch das ist alles nur erfunden, oder vielleicht auch nicht. Früher hätte ich solchen Geschichten keine Beachtung geschenkt, aber wer würde schon meine Geschichte glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Ich parkte ein paar Meter vor der Klippe, schaltete den Motor und sämtliche Lichter ab und bereitete mich auf das vor, was gleich geschehen würde. Ich saß eine gefühlte Ewigkeit in dem Auto, begleitet von dem Geräusch von Wellen, die ab und zu gegen die Wand der Schlucht schlugen. Ich wartete. Dieses Wesen war schlau, da gab es keinen Zweifel. Es hatte mit mir gespielt. Die Angst und die Qualen genossen, die es verursacht hatte. Ich wusste, dass es mir misstrauen würde und wahrscheinlich sogar geflohen wäre, wenn ich das Auto zu nah an die Klippe gebracht hätte. Ich musste darauf warten, dass es angreift, mich frisst, sich an meinem Leiden weidet, so darin vertieft ist, dass es vielleicht noch nicht einmal merken würde, wie das Auto langsam auf die Klippe zurollt, bevor es es damit in das dunkle, kalte Wasser zieht. Ich wollte dieses Arschloch ertrinken. Ich hatte im Kopf genau abgeschätzt, was alles geschehen könnte und stellte fest, dass es einen einzigen winzigen Moment gab, wo ich aus dem Auto springen könnte, noch bevor es über den Abhang fährt. Mary und ich waren oft dort gewesen, ein Ort, um in Ruhe zusammen sein zu können, abseits von allem anderen, und es sah nie so kahl und kalt aus wie jetzt. Der Fall war mindestens neun Meter tief und ich wollte nur ungern in dem Auto sein, wenn es das Wasser trifft, erst recht nicht zusammen mit diesem Ding. Ich wartete. Dann hörte ich es. Erst langsam, dann schneller und lauter. Ein rasselndes, keuchendes Atmen. Seltsamerweise klang es angestrengter als zuvor. Jeder Atemzug, ein einziger Kampf, schleimig, alt, kraftlos. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ein übler, fauler Gestank füllte die Luft. Es kam näher an mich heran. Mein Herz begann zu rasen. Stark und schnell hämmerte es von innen gegen meine Brust, als ich nach oben blickte und sah, wie die Windschutzscheibe begann von innen zu gefrieren. Ich konnte meinen Atem sehen, eine normale Sache, nicht so wie der nun sichtbare Atem, der von der Seite vor meinem Gesicht entlang schwebte. Langsam drehte ich mich zur Seite. Ich wollte weinen, verschwinden, in die Nacht hineinrennen. Aber ich musste bleiben. Ich durfte nicht zulassen, dass es entkommt. Ich saß auf dem Beifahrersitz. Ich sah es an und es mich. Seine Schultern umhüllt von der Dunkelheit, verdreht, dürr. Die Hände geformt, als wollen die einer Leichenstarre entfliehen. Bewegt es sich auf mich zu. Eines seiner Beine knackte, als es sich über meinen Schoß auf die andere Seite bewegte. Es saß auf mir. Es zog sich nah an mich heran. Angeleuchtet von einem dünnen Schimmer von Mondlicht konnte ich sein Gesicht erkennen. Haut hing von seinem zerstörten Gesichtszügen herab. Glasige Augen starrten in meine, als sich ein breites Grinsen über seinem Gesicht erstreckte. Durch das halbverrottete Fleisch war dieses unnatürlich weit und offenbarte verfaulte Muskeln. Kaputte Zähne und Sehnen unter der Haut. Während es sich näher an mein Gesicht zog, offenbarte sich eine feuchte, verfaulte Zunge, die man etwas durch ein fehlendes Stück in seinem Kiefer erkennen konnte. Der Gestank strömte durch sein heftiges Keuchen und Ausatmen in meine Augen und in meinen Mund, wodurch ich wögen musste. Als ich das tat, hielt es einen kurzen Moment inne. Dann kicherte es in sich hinein. Glücklich. Zufrieden. Als ich in seine kalten Augen sah, machte es doch wieder den Eindruck, als sähe ich in die Augen eines geplagten, zunehmend schwächer werdenden alten Mannes. Es war immer noch unglaublich stark, aber es schien, als hätte es etwas seiner Kraft verloren. Vielleicht hatte es doch etwas damit zu tun, dass es das kleine Zimmer in dem alten Haus verlassen hat. Seine langen, dürren Finger strichen über mein Gesicht. Dann, als Zeichen seiner Kraft, stach es einen von ihnen tief in meine Schulter. Ich schrie, als es ihn krümmte und drehte, um mir so viel Schaden und Schmerz zuzufügen, wie ihm damit möglich war. Währenddessen glitt die andere Hand an meinem Körper herab. Es fasste mich an. Jetzt war der richtige Zeitpunkt. Mit meinem freien Arm drehte ich den Schlüssel, schaffte es, irgendwie den Schmerz halbwegs zu ignorieren, legte den Gang ein und drückte das Gaspedal durch. Die Kreatur bäumte sich auf, schrie, versuchte über mich zurück in den Rücksitz zu kriechen. Doch ich hielt es mit all meiner Kraft bei mir. Die Wut auf das, was es Mary angetan hatte, gab mit zusätzliche Kraft. Wir rasten auf die Klippe zu, verzweifelt sah ich zur Fahrertür. Als wir uns dem Hang näherten, schrie ich vor Wut und schubste ihn von mir. Es krabbelte in den Rücksitz, kämpfte um sein Leben, während ich um mein Leben kämpfte, indem ich die Tür aufschloss. Es war zu spät. Das Auto stürzte über die Klippe und bevor ich es mitbekam, schlugen wir schon in das dunkle Wasser, teilten die glasähnliche Oberfläche mit gewaltiger Kraft. Ich hätte sterben sollen, doch eine Art Kissen aus Luft nahm mir die Fallkraft. Trotz allem schaffte ich es noch, mit meinem Kopf gegen den Türrahmen zu knallen. Betäubt sah ich mich um, das Geräusch, welches dieses Ding hinter mir von sich gab, klang verzerrt und doch vertraut. Der Schrei eines dämonischen Kindes entkam dem Wesen, welches wusste, dass es kurz vor dem Tod stand. Das Wasser war fast gefroren und strömte nun mit solcher Kraft durch die zerstörte Tür hinein, dass ich an die andere Seite geworfen wurde. Ich holte verzweifelt tief Luft und mein Mitfahrer tat es mir gleich. Es warf sich hin und her, auf der panischen Suche nach einem Ausweg. Als es die offene Tür bemerkte, zog es sich an den Vordersitzen gegen das anströmende Wasser nach vorne. Ich ballte meine Hand zur Faust und schmetterte sie mit voller Kraft in das Gesicht dieses Scheusals. Kleine Stücke des verrotteten Fleisches wurden mitgerissen, als seine tiefschwarze Flüssigkeit aus der entstandenen Wunde sickerte. Wieder versuchte es an mir vorbeizukommen und ich wusste, dass ich mit ihm sterben musste, um es lange genug in dem Auto zu halten. Ich war starr vor Kälte, als das eisige Wasser mein Kinn erreichte. Mein Herz kämpfte gegen die Kälte an und mit einem plötzlichen Ruck tauchte ich unter. Ich hielt meinen Atem an und bereitete mich auf einen kalten Tod vor. Ich hoffte nur noch, dass es nicht zu sehr wehtun wird. Meine Gedanken wanderten noch einmal zu Mary und zu meiner Familie. Und ein Gefühl von Trauer überkam mich. Doch als ich gegen dieses Ding ankämpfte, ihm den Weg nach draußen versperrte und es zurückhielt, sah ich kurz nach unten und bemerkte etwas. Sein Bein war durch den Aufprall zwischen Armaturenbrett und Boden des Autos eingeklemmt und es konnte sich zwar noch bewegen, das Auto aber nicht mehr verlassen. Ich drehte mich sofort um und schwamm aus der Tür. Ich konnte zwar kaum was erkennen, aber das Mondlicht reichte aus, um mir den Weg zu leuchten. Als ich gerade durch die Tür gekommen war, schnappte sich dieses Biest mein Bein und zog mich zu sich zurück. Es hatte jede Hoffnung aufgegeben, doch es wollte, dass ich mit ihm ertrinke. Wir kämpften eine gefühlte Ewigkeit miteinander, während wir langsam immer tiefer in unser kaltes, nasses Grab sanken. Ich spürte, wie mein Körper mich anflehte, zu atmen, das letzte bisschen Luft in mir auszustoßen und dann das eiskalte Wasser in mir aufzunehmen. Ich bin wirklich froh, nun erzählen zu können, dass ich meinen Verstand einsetzte, um diesem schrecklichen Schicksal zu entkommen. Noch einmal sammelte ich das letzte bisschen Kraft in mir zusammen und stemmte meine Füße gegen das Armaturenbrett, stieß mich mit all dieser Kraft ab und entkam so dem Griff des Wesens. Ich erinnere mich sonst noch an kaum etwas. Nur an einen qualvollen, hasserfüllten Schrei, den mein jahrelanger Peiniger von sich gab, als ich ihn zurückließ. Dann fand ich mich am Rande des Sees wieder, kalt und nass, aber lebendig. Die Wunde meiner Schulter machte mich langsamer, als ich mich auf dem Heimweg machte, doch indem ich meine andere Hand auf die Stelle drückte, konnte ich die Blutung etwas zurückhalten. Nach etwa zwei Stunden war ich da. Und ich war erstaunt, dass ich nicht durch die Erschöpfung oder Unterkühlung zusammengebrochen bin. Als ich das wohlbekannte Schild mit dem Namen meiner Straße erblickte, übermannte mich ein Gefühl der Erleichterung, das Gefühl, dass ich etwas geschafft hatte, ein Gefühl von Stolz und Triumph. Ich hatte dieses Ding ein für allemal besiegt. Das dachte ich zumindest, bevor ich mein Haus betrat und eine Reihe nasser Fußspuren vorfand, die zu meinem Bett führten. Ich konnte es nicht glauben. Ich war so überrascht, so verzweifelt, so ungläubig, dass ich es nicht mit Worten beschreiben kann. Es lag in meinem Bett, bedeckt von meiner Bettdecke. Das menschliche Gehirn ist doch ein tolles Ding. Gerade noch bist du so fertig, dass du keinen klaren Gedanken fassen kannst, so zerstört, dass du einfach nicht weitermachen kannst. Und dann kommt dir plötzlich eine Idee in den Kopf, die alles ändert. Lass es schlafen. Vorerst. Leise schlich ich mich durch die Dunkelheit, nahm meine Brieftasche vom Nachttisch, schlich mich wieder aus dem Haus und kam knapp eine Stunde später wieder, um mich nach ein paar Minuten der Vorbereitung in das Bett im Gästezimmer zu legen. Da lag ich dann und wartete. Ich war mir sicher, dass das das Ende des Spiels war, dass es nun nicht mehr mit mir herumspielt, sondern direkt zum Töten übergeht. Es durfte nicht noch einmal entkommen, sonst wäre ich verloren. Ich konnte nur hoffen, dass es mich irgendwie vom anderen Zimmer aus spüren konnte. Ich schloss meine Augen und tat so, als ob ich schlafe. Während die Zeit verging, versuchte ich zwar dagegen anzukämpfen, doch ich war so erschöpft, dass ich nicht lange kämpfen konnte und schon bald war ich in einem tiefen Schlaf gesunken. Ich wachte auf, als es seine Hände um meinen Hals legte. Es hustete und zischte über mir, während eine widerliche schwarze Flüssigkeit aus dem Wunden in sein Gesicht auf meines tropfte. Durch herumzappeln und starkes Winden versuchte ich irgendwie die Kraft aufzubringen, seinem Griff zu entkommen, doch es war zu stark und ich konnte es einfach nicht greifen, da es immer noch durchnässt war. Es war vielleicht nicht das Beste, was ich tun konnte, doch als langsam das Licht vor meinen Augen erloscht, tat ich, was so viele andere Tiere auch tun würden. Ich spielte tot. Ich bewegte mich nicht mehr und hielt den Atem an, während das Vieh auf mir mich rüttelte und dann losließ. Ich wartete auf den richtigen Moment, meine letzte Chance, das Ding zu zerstören. Sein Atem beruhigte sich und es starrte mich an, fast schon, als ob es wusste, was ich tat. Ich wartete darauf, dass es sich so hinsetzte, dass ich es auf den Boden schubsen konnte. Es kam näher an mich heran und lächelte spöttisch. Dann sammelte es etwas seines verfaulten Speichels in seinen Mund, in etwas, was wie eine Wange aussah, und spuckte mir die eklige Flüssigkeit in mein Gesicht. Der letzte Rest tropfte durch das Loch in seinem Kiefer. Ich wollte schreien, irgendetwas tun, um diese ekelhafte Schmiere von meiner Haut zu entfernen, doch ich durfte mich nicht bewegen. Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Kurz darauf fing es an, in der Wunde meiner Schulter herumzustochern und alles wieder aufzukratzen. Der Schmerz war gigantisch, aber ich gab kein Lebenszeichen von mir. Dann schob es langsam und geduldig zwei seiner dünnen, missgebildeten Finger an meinen Mund. Der Geschmack war überwältigend ranzig, vergammelt, tot. Ein plötzliches Knacken seiner Knochen besiegelte mein Versagen. Freudig setzte es sich auf und rammte mir seine Finger tief in den Hals. Ich wirkte. Verdammter Reflex. Anstatt geschockt zu sein, quetschte es ein gurgelndes Lachen durch seine Zähne und drückte seine Finger noch tiefer in meinen Hals. Sie waren eiskalt und ich spürte, wie sie an der Innenseite meines Halses kratzten. In solch schrecklichen Momenten entwickelt man oft erst seine wahre Stärke. Ich rollte mich zur Seite, setzte sein Gewicht gegen es ein und schaffte es endlich, es von mir zu schubsen. Ich fiel auf den Boden. Schnell griff es nach meinem Bein und versuchte, mich zurückzuziehen. Doch mit einem gezielten Tritt schaffte ich es, mich zu befreien. Es starrte mich einen Moment an. Seine brüchigen Knochen knackten, während es sich auf dem Bett vor mir auftürmte, um sich auf mich zu stürzen. Seit ich ein Kind war, machte es mich fertig, es hat mich gequält, Mary angegriffen und mein Leben zerstört. Jetzt war die Zeit der Rache gekommen. Übermut von dem Gedanken getäuscht, dass es mir voll und ganz überlegen ist, geleitet von purer Boshaftigkeit ohne einer Sekunde logischen Denkens. Es war in meine Falle getappt, entstanden durch logisches Denken. Ich kannte es lang genug, um zu wissen, wie es vorgehen würde. Feuer beseitigt alles. Als es brüllte, schrie, seinen Körper verrenkte, während es sich zum Angriff bereit machte, zog ich mit einer schnellen Bewegung eine Decke von einem Eimer auf den Boden, den ich mit Benzin, welches ich in der kurzen Vorbereitungszeit vorher gekauft hatte, gefüllt hatte. Mit all meiner Kraft warf ich diesen, dem etwas auf dem Bett, an den Kopf, wodurch es über und über mit dem Benzin bedeckt war. Es grinste mich an, verspottete mich für meine bloße Existenz, lachte mich für diesen kläglichen Angriff aus. Ich zog ein Feuerzeug aus meiner Tasche, klappte es auf, zündete es an und warf es auf das Bett. Es schrie, wand sich in Qualen, Stücke seines Fleisches verschwanden nach und nach, brannten vor meinen Augen voll und ganz weg. Es tat mir fast schon leid. Lass es brennen. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Glücklicherweise bemerkte ein Nachbar den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich noch entkommen bin. Ich musste viele Stunden im Krankenhaus verbringen, leichte Rauchvergiftung und starke Verbrennung an den Händen. Klar, es tut immer noch weh, vor allem wenn ich hier tippe. Aber das sind oberflächliche Wunden, die heilen wieder. Höchstens bleiben ein paar Narben, aber damit kann ich leben. Die Polizei verhaftete mich kurze Zeit später wegen Mordes. Sie glaubten, ich habe jemanden mit dem Feuer umgebracht und fanden es höchst verdächtig, dass ich eine tiefe Wunde in meiner Schulter befand und mein Körper über und über von Kratzern übersät war. Sie sagt, ich solle die Stadt nicht verlassen, für den Fall, dass sie noch ein paar Dinge fragen wollen. Sollen sie doch, sie werden mir sowieso nicht glauben. Sie fanden keinerlei Überreste und auch sonst keine Beweise, dass noch jemand bei mir war. Nur einen seltsamen Abdruck einer Figur auf dem Bett und an der Wand. Als hätte es versucht zu entkommen, doch ich bezweifle, dass es es auch geschafft hat. Eine riesige Last ist von mir gefallen. Erst jetzt, wo sie weg ist, bemerke ich, dass sie schon immer da war, seit mich damals das erste Mal das Rascheln meiner Bettdecke unter mir geweckt hat. Dieses Ding konnte mich auch aus großer Entfernung noch kontrollieren. Und nun ist es weg. Endlich fühle ich mich wieder wohl. Ich bin völlig fertig, weil Mary weg ist und ich werde sehr wahrscheinlich kein Geld von der Versicherung bekommen, da die Polizei früher oder später herausfindet, dass ich das Feuer gelegt hatte. Meine Hände und meine Schulter schmerzen, mein Verstand aber nicht. Ich schreibe das hier aus einem Hotelzimmer, klein und bescheiden, aber es reicht aus. Heute Nacht werde ich wieder schlafen und träumen, sorgenfrei, wie damals als kleines Kind, bevor dieses Drecksstück in mein Leben eindrang. Ich glaube, dass es mein logisches Denken war, das mich letztendlich gerettet hat und ich bin mir sicher, dass sich noch mehr an dieser Welt verbirgt, als ich denken kann. Ich habe einen Teil der Welt kennengelernt, den ich nicht wieder sehen möchte und morgen werde ich mein Leben wieder aufbauen, ein glückliches Leben ohne Wesen aus der Wand beginnen. Es ist weg, das spüre ich. Ich weiß es. Es wird etwas Zeit brauchen, bis ich mich an diese Freiheit gewöhne. Wahrscheinlich werde ich mir ab und zu noch etwas einbilden. Lebenslange Paranoia verschwindet nicht von heute auf morgen. Ich muss lernen, diese Sicherheit zu akzeptieren. Ich werde freiwillig wohl mein Leben lang nie wieder auf diese Zeit zurückblicken, doch ich werde immer vorsichtig sein. Heute Morgen im Krankenhausbett hatte ich für einen Moment das Gefühl, als würde das Bett wackeln. Aber ich weiß, dass es nur Einbildung war. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrungen mitgeschrieben habe. Es hat mir selbst einiges über mich offenbart und vor allem, sollte sich irgendjemand irgendwann auch einmal in so einer Situation befinden, was ich nicht hoffe, weiß er nun, was zu tun ist. Jetzt ist Schlafenzeit und ich muss mich von einer Erschöpfung erholen, wie ich sie in meinem Leben noch nie gespürt hatte. Gute Nacht und schlaf gut.